Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Wahre Schöpfung Erfordert Opfer, heißt es nun im großen Staffelfinale der ersten Staffel Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht auf Amazon. Und ja, einen unscheinbaren Titel hat dieses Finale auch noch abbekommen, nämlich gebunden und eventuell nicht gebunden, vielleicht auch nicht an diese Serie, aber eventuell zum letzten Mal aneinander sind mein Kollege Lasse und ich. Lasse, grüß dich. Hallo. Ja, hin und wieder habe ich meine Momente und ich bin der Dom. Ja, Mensch, wir sind am Ende und du konntest es, ich kann mich erinnern, in unserem zweiten Recap, was wir ja Back to Back hatten zum ersten, konntest du es gar nicht erwarten, das hier zu sehen? Ja, naja, also ich war halt einfach gespannt drauf, aber ich bin jetzt auch echt traurig, weil ich jetzt lange warten muss, bis was Neues kommt. Aber ich bin auch andererseits ein bisschen erleichtert, weil jetzt kann ich wieder so mich auf Twitter blicken lassen. ohne dass ich irgendwie Angst haben muss. Heute war ich die Hölle auf der Arbeit, weil halt zwischendurch checkt man natürlich einfach mal so allgemein das Handy. Und bei mir ist immer so eine Übersprungshandlung, oh, ich gehe mal auf Twitter und ich habe mehrfach, habe ich draufgeklickt und dann, oh nee, fuck, fuck. Und dann habe ich das Handy sofort weggelegt, weil ich habe es echt ausgehalten. Aber es war wirklich schwer. Und da habe ich eben auch gemerkt, wie sehr das irgendwie zu dieser unbewussten Übersprungshandlung wird, dass man dann einfach zum Handy greifen auf Twitter geht. Das ist echt schlimm. Also in sozialen Netzwerken geht es ja schon ordentlich ab, was das Staffelfinale angeht. Es gibt ja auch geteilte Meinungen dazu. Also wo wir beide uns da wiederfinden auf dem Meinungsspektrum, vielleicht ja etwas anders als das letzte Mal. Ähm, nicht ganz solche Äonen und Taylor und Berge dazwischen. Äh, das werden wir hier heute erfahren. Äh, ja, es ist die letzte Folge. Und tatsächlich auch nicht von Charlotte Brandström gedreht. Leider, wie ich finde, die hätte gern das Finale noch abliefern können. Sondern unser guter alter Freund Wayne Shejip ist wieder da. Mhm, ja. Aber dafür haben wir wieder Jennifer Hodgson mit am Drehbuch. Genau, zumindest dran beteiligt. Denn das Drehbuch hat sie zusammen mit Patrick McKay und J.D. Payne, also den beiden Showrunnern, geschrieben. Und es macht sich durchaus bemerkbar, weil das Drehbuch, was sie geschrieben hatte, für die zweite Episode Treibgut, hatte tatsächlich noch so mit, die besten Dialoge zu bieten. Hier kommt dann eher so die Dialogschreiber rüber, die die beiden Showrunner bevorzugen und die manchmal leider etwas, also schon so bedeutungsschwanger daherkommt, dass es manchmal schon unfreiwillig komisch wird. Na, es passt ja auch in dem Sinne. Auch der Titel gebunden passt gut zu mehreren Plotlines oder passt zu mir, denn ich bin an diese Serie gebunden. Ja. Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Mhm. Na, aber in dem Fall halt, ja, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wir möchten uns an dieser Stelle, bevor wir richtig loslegen, ganz, ganz doll bei den ZuhörerInnen bedanken, die auch liebe Kommentare da gelassen haben und gerne auf ein paar von denen erwähnen. Nämlich der Kommentar zur letzten Folge, da gab es einen besonderen von Timo, so heißt er auf YouTube. Und da habe ich mich sehr drüber amüsiert. Willst du das oder ich? Sehr gerne, den würde ich gerne vorlesen. Und zwar hatte Timo dort kommentiert, vielleicht erinnern sich ja noch einige an unsere Dynamik in der Folge, aber hier dröselst er es nochmal auf. Also, ich zitiere. Wow. Spätestens zum Staffelfinale werde ich endgültig aufs Maul gehen. Lange nicht so unterhalten worden, während Dom sich hineinsteigerte und hineinsteigerte und jede, absolut jede Szene poly-, äh, 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 analytisch auseinander nahm. Wurde Lasse immer ruhiger, einsilbiger, den Vulkan in sich unterdrückend, der wäre ja ausgebrochen, sein Podcast-Mordor geworden wäre. Smiley, Lachen, Face. Mir gefällt jedenfalls die Serie seit zwei Folgen deutlich besser. Da emotionaler, eine Gemeinsamkeit mit House of the Dragon. Oh, hey, die coolen Kids sagen Hot D. Hot D. Alle erzählerischen Inkohärenz zum Trotz. Bin wohl zu Glück auch nicht genug Tolkien-Fanboy, um mich ständig provoziert zu fühlen. Mehr als notdürftig getackerte Blockbuster-Unterhaltung erwarte ich von dieser Serie. Ich weiß, schlimm genug, auch längst nicht mehr. Ein Staffelfazit kommt bald. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, vielen lieben Dank. Das war wirklich sehr lustig. Auch nochmal von mir tatsächlich wirklich einen persönlichen Gruß raus an den Timo. Ich habe nämlich auch mit ihm letztens auf Facebook geschrieben. Wir kennen uns ja auch schon länger kennen, in Anführungsstrichen, über Moviepilot. Ist ein sehr wortgewandter Kommentierer und auch Kritiker hat unter anderem auch für andere Seiten geschrieben. Also ganz herzliche Grüße. Und dann habe ich noch einen Kommentar, auch jetzt nicht so lang, von, ich gehe jetzt mal davon aus, einer Kommentiererin. Die uns persönlich im Recap, also die ich nicht lasse, aber tatsächlich mich und so, die andere Crew, ja, schon seit Westworld begleitet. Und auch bei House of the Dragon immer fleißig kommentiert, nämlich Dragons Daughter. Der Name ist hier Programm. Und sie hat mehrere Kommentare hinterlassen, unter anderem Grüße an meine Mutter. Muss ich jetzt nicht namentlich weiter ausführen. Und Dragons Daughter hat geschrieben, war wieder ein Schritt zurück, nachdem ich der Meinung war, dass es sich langsam fängt und wir einfach nur Zeit brauchen, um uns einzufinden. Nein, Payoff letzte Folge war zwar gut inszeniert und hat mich abgelenkt, drüber nachzudenken, was da eigentlich passiert. Gern Zeit lassen, die dann aber auch sinnvoll nutzen im Aufbau und nicht das hier wieder. Die Charaktere wirken so unnatürlich, weil sie immer gerade so ticken, wie das Drehbuch es gerade verlangt. Und der Plot im Drehbuch ist sowieso sehr dünn und voller Logikfehler, wenn man nur drei Sekunden drüber nachdenkt. Ich versuche, mein Hirn mittlerweile auszuschalten beim Gucken, damit ich ein bisschen Spaß daran empfinde. Emotional schaffen sie es aber auch nicht, dass ich investiert bin wegen den inkonsistenten Charakteren. Ja, darunter habe ich dann, glaube ich, auch kommentiert, dass mir das, was vor allem die letzte Folge anging, doch sehr aus der Seele sprach. Ob es jetzt bei der Folge so sein wird, also erstmal vielen herzlichen Dank fürs Kommentieren, wie eh und je. Wir werden wahrscheinlich auch von dir nochmal irgendwas hervorheben bei den Hot-D-Casts mit dem Kollegen Paul, der ja dann nächste Woche wieder ansteht und eigentlich auch dann fast schon im Finale ist. Ist schon irgendwie drollig, ne? Das House of the Dragon hat eher gestartet, aber Herr der Ringe hat dann ja direkt eine Doppelpackung rausgehauen und deshalb sind die fast gleich aufgewesen jetzt, ne? Also die waren jetzt wirklich beide in dieser Woche bei der achten Episode. Ja, und diese Woche war auch das She-Hulk-Finale mit Episode 9, also. Oh, stimmt, ja. Alles geht zu Ende. Ja, alles geht zu Ende und dann wird eine große Lehre hinterlassen. Äh, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was wir irgendwie dann an großartigen Serien besprechen sollen. Ich würd sagen, wir springen dann aber die eigentliche Folge rein. Also wie gesagt, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an beide Kommentierer oder Kommentierende. Äh, wir werden im Staffel-Recap, was noch kommen wird und vielleicht eine kleine Überraschung birgt, eventuell auch nochmal auf andere Kommentare eingehen, etc. Aber damit wenden wir uns jetzt der Folge zu, an die wir uns jetzt wahrscheinlich wieder rund zwei Stunden binden werden. Ha, ha, ha. Wir werden sehen, da kann man... Ja, diese Witze, die werden jetzt nicht aufhören. Einiges zusammenfassen. Vielleicht hat, vielleicht, vielleicht... Vielleicht hat dieser Recap auch 20 Enten. Wer weiß. Äh, so wie diese Folge. Nein, ich meine... So eher wie die Rückkehr des Königs. Ja, genau. Ja, obwohl sie hier am Ende in die Richtung schielen, ganz eindeutig. Sie schielen einmal in Richtung die Rückkehr des Königs und einmal in Richtung die Gefährten. Ich hab gerade jetzt vor kurzem Clerks zweimal wieder geschaut und hab dort sehr genossen, wie, ähm, wie Randall über Herr der Ringe herzieht, weil ich seine Kommentare sehr lustig fand. Das ist Hobbit-Movies. So fucking boring. All we did was was walking. Fucking free movies walking to a fucking volcano und dann halt später sitzt und noch... Ja. Even the fucking trees walked in those movies. Und es ist fucking episch, muss man leider sagen. Ja, gut, Ents kriegen wir... Ents wurden ja in der Serie zumindest angedeutet, sogar Entfrauen. Ja, wir haben kurz was gesehen. Werden wir vielleicht noch irgendwas zu sehen kriegen. Das denke ich aber auch. In ihrer Zukunft. So oder so. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank auch von mir, Wassertropftal und Tim Tolk. Die haben auf YouTube, die haben auch viel kommentiert. Also danke dafür. Bestimmt wird euch nochmal mehr Zeit gewidmet. Wir lesen das auf jeden Fall und finden's toll. Oh ja. Ich muss ganz kurz einen kleinen Dämpfer bringen, weil du gesagt hast, es geht alles zu Ende. Rauscht nämlich in allen möglichen WhatsApp-Gruppen etc. gerade eben die Meldung rein, dass anscheinend Robby Coltrane bekannt als Rubeus Hagrid aus den Harry-Potter-Filmen verstorben ist. Nein! Oh nein. Ja, mit Schweigeminute wird's jetzt hier blöder, aber du warst ja, glaube ich, auch an der Masterclass Harry Potter beteiligt. Mhm. Kann man sehr, sehr gerne reinhören. Ist sehr, sehr lustig geworden, wie unser Chef Andi sich im Harry-Potter-Universum zurechtfinden darf unter deiner Anleitung. Ja. Ich bin ja durchaus, also auch wenn ich da mal mehr investiert war, das ist schon traurig. Also, Rest in Peace, nicht nur aus Harry Potter, sondern auch beispielsweise in zwei James-Bond-Filmen. Oh ja. Mit denkwürdigen Auftritten, daher, ja, Ruhe empfiehen. Alles mögliche. Ach, Herr Jeter. From Hell auch, ja. Aber gut, das wollte ich noch mal ein bisschen tagesaktuell hier reinschmeißen. Das wird ganz schlecht altern, aber sei es drum. In einem Fantasy-Podcast kann man das ruhig mal machen. Vor allem sagt das den HörerInnen, dass du nebenbei auf WhatsApp klotzt, während du hier die Podcasts aufnimmst. Ich hab tatsächlich WhatsApp auf dem Rechner online und ich hab halt auch hier die Discord-Gruppe offen. Oder nicht, nicht die Discord-Gruppe offen, aber es kommt hier reingerauscht. Aber jetzt widme ich nicht. Ich binde mich jetzt endgültig an dich, Lasso. Und wir binden uns eventuell vielleicht auch an einen Baum. Denn bevor wir an diese Folge hier gebunden werden, und ja, es wird nicht besser, haben wir tatsächlich etwas, was es noch niemals gab bei dieser Serie. Also bei anderen natürlich schon. Ich glaub, Westworld hat sich die komplette dritte Staffel damals so durchgemogelt. Wir nannten sie auch die Staffel der Cold Opener. Und das haben wir eben hier. Ein Cold Opener. Wir springen direkt rein, bevor wir überhaupt den Vorspann zu sehen kriegen. Und das ist ja für gewöhnlich bei Serien eher so, dass da halt eben Entwicklungen im Gange sind, die nicht warten können, bis der Vorspann durch ist. Das ist ein guter Aufhänger. Ja, wir beginnen mit dem Stranger. Ja. Welcher durch den Wald tapert. Genau. Und es ist ja nicht nur irgendein Wald. Er wird hier sogar mit Namen ausgewiesen, glaub ich. Erwin Galen, der große Grünwald, hatte ich ja schon in der letzten Folge erwähnt. Der hat sich hier noch über deutlich mehr Lande erstreckt. Also ich glaube, der Fangorn gehörte ursprünglich auch mal dazu. Und das, was wir dann in Herr der Ringe sehen, oder auch schon im Hobbit vor allem, in Herr der Ringe gar nicht. Das ist dann später der Düsterwald. Ja, apropos Hobbit, es gibt hier, wenn der Titel des Ortes eingeblendet wird, das sieht exakt so aus wie die Stelle, wo das Bauernhaus steht, was von den Trollen verwüstet wurde im Hobbit. Ach, okay. Dort, wo sie kämpfen. Also wirklich, es sieht total ähnlich aus. Ja, es kam mir bekannt vor. Wenn das nicht wirklich der exakt selbe Fleck ist, dann muss es da irgendwo die Gegend sein. Ja, wir haben ja schon mal so kleine Déjà-Vus gehabt, gerade mit den Haarfüßen, dass die irgendwie gefühlt durch Rohan wandern. Genau, ja. Da gab es eben das auch. Ja, aber das ist schon, ja, hier gibt es so eine weitere Ähnlichkeit. Und ich fand den Wald durch den da läuft, den finde ich sehr, sehr schön. Ich mag dieses, weil wir haben da so, die Sonne fällt durch die Blätter, aber es tropft auch Regen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und alles ist vermoost. Natürliches Licht vor allem mal, ne? Was wir in der Serie nicht so häufig haben, tatsächlich. Ja, ich finde es schon ausreichend. Aber na ja, jedenfalls ist er unterwegs. Und er hat noch den Apfel, den Nuri ihm gegeben hat. Ich weiß nicht genau, wie lange er unterwegs ist. Also super lange kann es wahrscheinlich noch nicht sein. Aber ... Er ist halt noch so wieder für ihn, ne? Also er hat den Apfel in der Hand und steigt dann da irgendwie durch. Also muss auch so ein bisschen über Felsen klettern. Ähm, und bei ihm halt halt immer noch so Noris Botschaft an ihn nach, von wegen, ja, du bist keine Bedrohung, ne? Genau. Und dann sieht er eine Gestalt davon witschen. Mhm. In einem Mantel. Und er lässt den Apfel fallen. Und der Apfel wird aufgehoben von einer Hand. Und er verfolgt die Gestalt. Dann kommt er auf eine Art Lichtung. Und dort steht Nori. Und ich wusste gleich, das ist ein Betrug irgendwie. Ja, das ist ... Ja, ich meine gut, sie ist ihm ja hinterhergegangen am Ende der Folge. Aber nicht alleine. Genau. Und warum würde sie halt so auf sich aufmerksam machen? Also natürlich, wir wissen, dass es ein Betrug ist, er aber nicht. Mhm. Sie dreht sich auf jeden Fall um. Und dann verwandelt sich die Augen. Oh, das sah geil aus. Und sie verwandelt sich ... Oh ja, sehr creepy. Dann verwandelt sie sich in so einem schönen Effekt. Also duckt sich unter den Mantel und kommt dann hoch. Ja. Und das ist halt diese Anführerfrau von diesen drei. Das hatte was von ... Ich musste da sehr denken an hier passend zu Robby Cotterin Harry Potter hier mit in Godric's Hollow, wo die Schlange sich verwandelt. Also dass sie es halt auch mit dem Umhang machen, der so ein bisschen in sich zusammensackt. Und dann kommt diese Schlange daraus hervor. Ja. Fand ich schon sehr, sehr cool. Hier hat's mir auch wirklich gefallen. Also ich fand vor allem diesen Effekt mit den Augen wirklich toll. Und man hat die Augen dann sofort erkannt von dieser Rune-Priesterin. Mhm. Wo ja dann jetzt hier tatsächlich auch zum Tragen kommt in dieser Folge. Das ist halt wieder so ein halbes Ärgernis für mich irgendwo. Du hast es ja auch schon gesagt und ich hatte es ja in der letzten Folge, dass die Showrunner nach der fünften Folge gesagt haben, diese Menschen kommen aus Rune. Und ich frage mich jetzt wirklich, warum sie das getan haben. Weil die Folge hier spricht es dann ja wenigstens aus. Also wenn ihr es schon nicht in der Bildsprache angedeutet bekommt, was ja zugegeben bei einer komplett neuen Kultur auch nicht so einfach ist. Dann, also warum habt ihr das vorweggenommen? Das wäre doch viel schöner gewesen, wenn man das hier im Finale gehört hätte. Dich so denkt so, oh, Rune, oh, da geht's bestimmt in Staffel 2 hin. Oh, jetzt guck ich auf jeden Fall weiter. Sondern nur so, ah ja, die Leute von denen, die Showrunner im Interview gesagt haben, dass sie aus Rune kommen, kommen aus Rune. Ja, gut. Schön, weiter. Das haben sich selber kaputt gemacht. Die ganze Sachen im Vorfeld nicht an. Ja, ich hab keine Ahnung, was die Motivation dahinter war. Weil es ist ja halt wirklich, vielleicht ging das den Leuten, ging denen das auf die Nerven. Das sind halt, meine Güte, könnt ihr nicht warten. Ja. Also wir werfen euch jetzt hier ein Brotkrum hin, damit ihr die Schnauze haltet, so ungefähr vielleicht. Weil ich bin absolut happy, damit zu warten entsprechend. Und ja, und entsprechend ist es auch eine schöne Auflösung hier. Auf jeden Fall umzingelt sie ihn ganz super interessant, so ähnlich wie die Wölfe in ein paar Episoden davor. So ein bisschen hat mich daran erinnert. Das fühlt mir auch auf. Auch als seine Körperhaltung. Und sie begrüßen ihn als, also sie sprechen ihn in Quenya an. Und das Zitat ist dann ungefähr, sie sagt dann, sie sagt irgendwie jetzt, also die eine Priesterin, die diese Kapuze hat. Genau, wir sind hier, um dir zu dienen. Fürst Sauron. Lord Sauron. Genau, genau, Fürst Lord Sauron. Also die, die haben den wirklich so, hast du ja schon gesagt, die nehmen den wirklich so ein bisschen in die Zange. Und die Oberschwester, sag ich jetzt einfach mal, hält ihm den Apfel hin. Dann knien sie nieder und ja, man soll da natürlich denken, also ich meine, die Theorie ging ja wirklich schon lange rum. Aber diese Folge hat es ja bestätigt, dass er definitiv nicht Sauron ist. Dafür ist jemand anderes Sauron, von dem man es auch die ganze Zeit geahnt hat. Deshalb war diese Folge, also gut, vielleicht ist das Internet auch ein bisschen dran schuld. Das haben sie vielleicht unterschätzt, aber ich kann schon mal sagen, für mich war diese Folge komplett frei von jeglicher Überraschung. Es wurde halt im Prinzip bestimmte Sachen bestätigt, die man, die man sich halt so gedacht hat. Ja. Aber halt, wenn man sich jetzt nicht groß Gedanken darum macht und dann nicht da irgendwie jetzt groß irgendwie abhängt, dann, dann kann es natürlich schon sein, dass es da gewisse Überraschungen sind. Allerdings natürlich auch nur für Leute, die das Quellmaterial kennen. Wenn das hier jetzt die komplett allererste Vorstellung von dem ganzen Zeug ist, dann sind bestimmte Sachen nicht ganz so bedeutungsschwer. Ja. Aber das ist ja vollkommen logisch. Also wenn du mal so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hast bei den Figuren, dann kannst du schon drauf kommen. Also wir hatten ja da gestern, hätte ich bei dir noch eine Wette platziert gestern Abend oder wann wir geschrieben haben. Ich weiß halt nicht mehr. Ich hatte auch mit jemand anders geschrieben, der meinte so, nein, das wäre viel zu einfach. Und ja, da sehen wir es, dass die Serie halt, also diese Folge macht halt genau das, was man erwartet hat. Bei manchen Szenen dachte ich mir echt so, oh ja, jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das. Ja, aber der Teufel steckt im Detail. Was hier vor allem kommt, ist einmal mehr der Vorspann, zu dem ich ja, ich weiß gar nicht, hatte ich das letzte Woche erwähnt? Ich habe ja ein Making-of-Video dazu gesehen tatsächlich und ich muss sagen, ich finde die Gedanken dahinter schon ziemlich toll. Also sie haben es mehr oder weniger bestätigt, dass es wohl wirklich die Musik der Einur, also da halt das Erschaffen der Welt ist, also praktisch der Urknall in Tolkiens Ader ist. Und sie haben es aber so, also das ist hier tatsächlich handgemacht und sie haben es irgendwie, das hattest du ja auch, glaube ich, schon in der zweiten oder dritten Besprechung vermutet, dass das wirklich irgendwie mit, mit Vibrationswellen gemacht ist. Ja, genau. Und das unterstreicht es ja insofern, weil, naja, Musik sind ja im Grunde auch nur Wellen, ne, irgendwo oder Schwingungen, die man von sich gibt. Insofern ist das eigentlich schon ziemlich genial, aber ich frage mich nach wie vor, ich weiß nicht, also mir fiel es dann jetzt auch hier, nachdem ich das Making-of gesehen habe, nochmal wirklich so ein, das wäre ein geiles Intro für eine Serie, die auf dem Silmarillion basiert. Na, das hier, ich glaube, das hier erzählt ja im Prinzip, ich glaube, der Vorsprung dient so ein bisschen halt als Ersatz für das Silmarillion so gesehen, als eine visuelle Darstellung von dem, was dort passiert. Ja, nur hat man ja wirklich absolut keinen Bezug dazu. Ja, diejenigen, die, weiß nicht, die da richtig tief drin sind, die erkennen, weil es sind ja bestimmte Symbole dort, die man dann, ah ja, das sind die zwei Bäume und so. Alle anderen denken sich so, ja, was soll das jetzt, vor allem der Anfang ist schon manchmal, ich muss sagen, ich muss beim Anfang jedes Mal dran denken, dass man irgendwie einfach nur einen Staubsauger genommen hat und irgendwie Popcorn im Kino wegsaugt. Also das finde ich manchmal schon unfreiwillig komisch. Auch so. Ja gut, ich habe im Kino gearbeitet mal. Aber wir gehen dann weiter, also der Vorspanne hat sich nichts großartig geändert, eigentlich gar nichts. Äh, und wir steigen dann eigentlich auch direkt da ein, wo wir in einer Handlung das letzte Mal, äh, ausgecheckt sind, nämlich bei Galadry und Halbrand. Die reiten wie bescheuert über die Ebene. Es ist auch ziemlich toll gefilmt, das muss man sagen. Und man sieht direkt Galadry in Zeitlupe. Oh ja, Wayne Jib is back, baby. Ich dachte mir schon, dass du dazu einen Kommentar machst, aber mich hat es nicht gestört. Ich fand's, ja, dran machen. Ja, es stört jetzt nicht, aber ich frag mich echt, was, also dieser Typ hat echt schon so einen Fetisch, was das angeht. Vor allem so, so überflüssig wirkt es halt immer. Also es hat mich jetzt hier nicht, wer weiß, wie gestört. Ich meine, es gibt, äh, schöne Clips, äh, online, wo, äh, die, die, du hast es geahnt, dass diese Szene mit Galadry auf dem Pferd, dass das tot gemimt wird. Und ich, ich muss sagen, es gibt ein wirklich geiles, äh, YouTube-Video, was daraus einen 80er-Jahre-Werbespot für, äh, feuchte Slip-Einlagen oder sowas gemacht hat. Ach, verdammt geil. Äh, verlinke ich vielleicht mal hier drunter. Naja, egal. Äh, wo reiten sie natürlich hin? Man hat es kommen sehen. Hattest du gedacht, sie reiten nach Lindon? Naja, sie reiten ja nicht nach Lindon. Sie, ich dachte halt so Richtung Lindon, aber sie sind ja jetzt in Eregion. Genau. Und das geht auch relativ schnell. Wir sehen dann, äh, immer noch die Baustelle im Hintergrund von der riesigen Schmiede, die ja entstehen soll. Und dann, äh, ja, haben wir eigentlich, ah, das ist halt wieder so diese, diese Kinderkrankheit der Serie, dass du diese schönen Establishing-Shots hast, äh, Shots hast. Und dann wird übergeschnitten zu einer Szene, die einfach halt mit so einer Fernsehdramaturgie gedreht ist. Na, ist so. Zwischen Aerond und Caleb Rimbor. Ich finde aber, dass es gerade in dieser Folge ist mir das schöne Zusammenspiel aufgefallen zwischen den Establishing-Shots und den näheren Aufnahmen, weil man ganz oft Sachen im Hintergrund sieht, ähm, was das alles schön verbindet. Und wo man, oh ja, hier reeller Drehort unter dem Hintergrund schön, das, ja, also das, das, das ist auf jeden Fall nett. Und es, es, es sah schon, sah schon toll aus, also Eregion, ich weiß noch, als da der erste Establishing-Shot auftaucht in der erst, nee, in der zweiten Episode, glaube ich, wo Elrond dann ja überhaupt dort erst ankommt bei Caleb Rimbor. Äh, das war schon eindrucksvoll, keine Frage. Ich würde da gerne noch viel mehr von sehen. Was, was mich halt immer so stört, du hast halt diese Establishing-Shots und dann direkt die Innenaufnahmen. Und ja, du, du kannst diese Orte irgendwie nie so wirklich erforschen. Das ist etwas, das finde ich halt so schade. Mit Ausnahme von, äh, in Numinor haben wir ein bisschen mehr Details von Sachen, weil da sind wir ganz oft eben Street-Level und so und da sehen wir viele verschiedene Orte, da sind wir wirklich am meisten. Ja, wir verbringen ja auch viel da, ne? Ja, genau, ansonsten ist es halt hier und da ein bisschen spärlich durchaus, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass es in den nächsten Staffeln allgemein weiter ausgebaut wird. Ich glaube eben auch, dass, da sie ja jetzt die Produktion umziehen, ähm, größtenteils, äh, nein, von Neuseeland weg, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass sie dann halt entsprechend, und dort bauen wir dann ein paar weitere Sachen und zeigen ein bisschen mehr, als dass wir dann hier diese ganzen, diese ganzen vielen Sachen machen, dann halt nur für eine Staffel. Also ich schätze mal, hier haben sie dann einfach das Nötigste, was dafür nötig war und ein bisschen mehr Tiefe kommt dann, äh, in der Zukunft. Naja, wir werden es sehen, also sie werden dann so, weil ich weiß, in Schottland drehen, ne? Was sie auch schon... Ja, unter anderem, auf jeden Fall dort so in der Richtung. Also sie drehen ja jetzt schon, der, der Startschuss ist ja jetzt, glaube ich, äh, letzte Woche gefallen oder so. Genau, jedenfalls größtenteils, ich schätze mal ein bisschen, was in Neuseeland wird ja immer noch sein, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, aber das werden wir dann ja sehen und, äh, entsprechend, äh, lassen das bestimmt schön zusammenspielen. Äh, wie auch immer, äh, wir sehen, äh, Celebrimbo und Elrond, die sich darüber unterhalten, dass, ähm, immer noch über Mithril und... Ich, äh, werde jetzt eine ganz böse Phrase benutzen, die eigentlich sehr populistisch konnotiert ist, aber ich nenne es jetzt wirklich einfach die Endlösung des Elbenproblems. Mhm. Mhm. Und ja, ich bin mir bewusst, was das Wort Endlösung, ne, wo das eigentlich herkommt. Aber hier passt es irgendwo. Also sie, sie haben das ja aufgetragen bekommen von, äh, Gil Gallat und, äh, der hat sich für morgen angekündigt und, ja, erwartet eine Endlösung von ihnen. Celebrimbo kommt dann irgendwie ins Grübel und meint dann, ja, wir könnten ja vielleicht mit, wir sollten vielleicht weg davon kommen, mehr zu erreichen mit weniger. Äh, beziehungsweise dahin kommen und er nennt dann als Beispiel, äh, die Sonne war ursprünglich mal kaum größer als meine Hand. Und du hast, äh, hast du den Verweis da erkannt? Nee. Spielt ja darauf an, dass, äh, die Sonne geformt wurde aus den Überbleibsten dieses Baumes Laurelin in Valinor. Ach so. Und dementsprechend war die dann ja nicht größer als irgendwie ein, ein Setzling. Äh, und Elrond ist aber eher dafür, dem König rein Weine einzuschenken und den von, äh, ihrem Versagen zu unterrichten. Aber bevor, äh, sie das noch irgendwie weiter ausbaldowern können, trifft Galandriel ein und Elrond ist einigermaßen überrascht, sie überhaupt zu sehen. Oh ja, auf den Moment hatte ich gewartet und ich wurde auch nicht enttäuscht, weil er ist wirklich ein bisschen, hä? Ja. Es ist halt echt, ja, weil es ist halt, ja, genau, und sie schaffen Heilbrand, äh, zu den Heilern. Genau, wir, wir erfahren dann auch, äh, wobei das, das fand ich so ein bisschen komisch, dass Galadriel jetzt auf einmal wusste, wodurch er verletzt wurde. Weil es hieß ja irgendwie, die hätten den nur am, am Wegesrand gefunden. Äh, hier ist es jetzt dann, ja, er wurde von einer feindlichen Lanze verletzt und sie sind jetzt wohl irgendwie sechs Tage geritten. Also, so schlimm scheint die Verletzung nicht zu sein. Ich meine, die ist ja dann auch in der Folge irgendwie einfach so, ja, weggeblasen irgendwann. Puh, naja, es ist vielleicht mal der elbische Heilkunst, hat ja schon was für sich, aber halt, ich denke mal, er hat dann, er konnte dann ja erzählen, wodurch er verletzt wurde. Oder, ja, ja, nur elbische Heilkunst hat er ja nur nicht zu spüren bekommen. Die soll er ja jetzt erst hier kriegen und dass er dann damit sechs Tage geritten ist mit einer, mit einem Stich von der Lanze, ist schon ein bisschen abenteuerlich. Aber ja, ihm soll elbische Heilkunst, äh, zuteil werden. Und Elrond, äh, und Galadriel fragen dann so einander gegenseitig, warum bist du hier? Nein, warum bist du eigentlich hier? Äh, und dann kommen sie, äh, kurz ins Gespräch und Elrond, äh, gesteht dann ein, dass er es bereut, äh, sie überhaupt auf das Schiff gelassen zu haben. Und, äh, Galadriel erklärt ihm dann, dass sie sich nicht für würdig, äh, erachtet hat, also, dass sie, dass sie das Gefühl hatte, dass noch irgendwas unerledigt ist in Mittelerde und dass sie deshalb vom Schiff gesprungen ist. Ja, es ist ein schöner Dialog, der halt eben auch das bestätigt, was wir so allgemein schon gesagt hatten, was sie da fühlt, was ihre Motivation dabei war und sie dann, ähm, im Prinzip halt, es ist so etwas Ähnliches sagt wie, und ich bin, ich bin nicht geschwommen, um jetzt zu ertrinken, im Prinzip. Ja, ja. Oder sowas Ähnliches, und dann sagt sie halt eben, lass uns gemeinsam schwimmen, lass es uns überdauern. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Ja, the only thing we can do is swim. Jetzt wird mir auch so langsam bewusst auf Twitter gibt's da immer mal gern diese Spoilers without Context. Und da war tatsächlich, glaub ich, ein Bild von Dori aus Findet Nemo. Langsam kapier ich's. Genau, äh, die sprechen da miteinander, man merkt auch, also die, die haben, die haben auch durchaus ein Draht zueinander. Ich finde auch, die spielen wirklich gut, sie und Robert Aramayo, die haben ja gar nicht so viele Szenen gehabt, eigentlich nur in der allerersten Folge. Also sie, sie taut auch so ein bisschen auf bei ihm, das merkt man, sie taut ja generell schon irgendwie, äh, seit ein paar Folgen ein wenig auf, aufgrund, äh, von was auch immer, sagen wir mal, dahingestellt. Aber man merkt wirklich, dass, dass Aeron was an ihr liegt. Und, äh, er sagt ja dann auch, sie hat ihm wirklich gefehlt irgendwo auch, ne? Ja. Ähm, er hätte sie wahrscheinlich auch erst in ein paar tausend Jahren wieder gesehen, aber es sind ja für Elben, ja, also nicht, äh, tausend Jahre sind wahrscheinlich für eine Elben so einen Monat gefühlt. Dann sind wir aber, äh, gar nicht mehr bei den beiden, sondern bei Caleb Rimbor, der ja ein für sich eine wahnsinnig interessante Figur ist aus der Lore und bislang leider mich doch irgendwie sehr enttäuscht hat in der Serie. Dass er halt eigentlich nichts weiter ist als ein besserer Stichwortgeber. Hier hat er auf jeden Fall mal ein bisschen was zu tun. Er trifft nämlich, äh, ich glaube, er ist in seiner Werkstatt und dann, äh, findet ihn relativ schnell Hallbrand, der nach Galadriel sucht. Caleb Rimbor meint da zwar, ja, solltet ihr euch nicht ausruhen. Äh, man hat dann auch, äh, zwischendurch mal ganz kurz gesehen, wie Elrond, also vorher auch wie Elrond und Galadriel vor Hallbrands Bett standen. Ich glaube, da war der ja auch nicht ansprechbar. Da wurde sich dann ja von ihm gekümmert, dann wahrscheinlich von elbischen Heilern, Ärzten, was auch immer. Aber man merkt, dass bei Hallbrand, ja, also, war wohl irgendwie nur ein Wespenstich, keine Ahnung. Auf jeden Fall finden er und Caleb Rimbor in dieser Szene tatsächlich sehr, sehr schnell ein Draht zueinander. Und mit sehr, sehr schnell meine ich sehr, sehr schnell. Äh, Hallbrand schleimt sich dann natürlich auch schön ran mit von wegen, ja, ich kenne ja den Namen Caleb Rimbor. Und das ist der legendäre Elbenschmied und so weiter und so fort. Und ist das hier eure Schmiede? Und Caleb Rimbor ist erst so ein bisschen zurückhaltend. Dabei öffnet dann diesen Deckenverschlag, glaube ich, seiner Schmiede. Und ich muss sagen, das fand ich, das fand ich schon sehr, äh, imposant, wie das, wie das gefilmt war. Das öffnete sich bald wie so eine Blume oder so. Das hatte schon was. Ja, genau. Und Hallbrand offenbart dann, dass sein Meister auch schon von Caleb Rimbor sprach. Ja, ich hatte es ja schon mal erwähnt. Also, unter dem Gesichtspunkt, das ich vermutet hatte, wer jetzt Sauron ist in der Serie, hatte ich ja gesagt, dass Sauron ein Schüler des Schmiedes Aule, also der Schmied unter den Valar ist, ne? Mhm. Und was dann, was dann Hallbrand, glaube ich, auch ins Auge fällt, äh, dass hier irgendwie drei Edelsteine liegen und was man damit, äh, tun möchte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hab die drei Edelsteine gesehen und wusste sofort, was kommen wird. Ja, ich wusste halt schon, ich hab die Edelsteine gesehen und dachte mir, ah, okay, ich kann mir denken, wofür die, was, was die sind und, äh, mhm. Wofür die dann benutzt werden. Es war einfach, es passte zu gut von der Zahl her. Ja, deshalb find ich's dann in der, in der Folge auch so ein bisschen albern tatsächlich, wie sie immer so rumdrucksen dann, also jetzt im Verlauf der Folge, ah, es wird ne Krone, naja, das werden zwei Kronen, ah, es wird doch was Kleines, Handliches. Das ist halt, also, wie gesagt, das ist halt etwas, man muss halt, na, natürlich, klar, für die, die's wissen, logisch, aber halt, das ist halt, man muss halt auch das unter dem Gesichtspunkt sehen für die, für eventuell einen Newcomer und so und ist dann so ein bisschen spannend und halt von wegen dann auch eben überlegen, was wären deren Überlegungen in diesem Fall? Weil die wissen's ja noch nicht genau. Und deshalb, das wären logische Dinge, die sie sagen würden in dem Fall. Hm, ja, sagen wir mal so, also, äh, ich mein, die Serie heißt Die Ringe der Macht. Ja. Ja, stimmt schon, aber trotzdem. Mehr, mehr. Das ist halt, hat mich nicht gestört. Nee, ach, gestört nicht, aber es ist halt so ein bisschen, äh, es ist halt einer dieser Aspekte, die diese, dieses ganze Finale für mich einfach furchtbar spannungslos machen. Äh, jedenfalls erzählt Celebrimbor, und das geht dann noch eher in eine andere Richtung, zumindest oberflächlich betrachtet, dass er hier, äh, Feanor, äh, wir erinnern uns ja, Feanor ist ja der Elb, äh, der in Valinor das Licht der zwei Bäume in den Silmaril eingefangen hat. Und sowas will jetzt Celebrimbor auch erschaffen. Und Halbrand, weiß ich, ich glaube, er nimmt einfach dann das Mithril, was dort liegt. Also dieses Stück, was Elrond, äh, die halbe, oder eigentlich die ganze Staffel mit sich rumschleppt. Und Celebrimbor erzählt dann halt davon, dass sie irgendwie, äh, gescheitert sind halt, damit wirklich zu arbeiten. Und Halbrand, der dann aber irgendwie, denkt man natürlich zumindest, seine Schmiedekonst so aus dem Südland mitbringt, meint dann, ob man's versucht hat, es mit anderen Ärzten zu vermengen und es dadurch auszuschöpfen. Ähm, und Celebrimbor meint dann aber, ja, aber dadurch werden dann seine besonderen Eigenschaften abgeschwächt. Mhm. Äh, wo ich dann auch schon wirklich jetzt, äh, auch Gruß an den, äh, Discord-Server von Mythen aus Western ist, wo ich wirklich gelesen habe, äh, Celebrimbor soll der megagroße Elbenschmied sein, aber weiß nicht mal anscheinend wirklich, was eine Legierung ist. Ja. Also, das ist ein bisschen, naja. Also, ich mein, ich, ich bin jetzt auch kein Goldschmied oder was, aber, meine Güte, ich glaub, das sind die Basics. Und Halbrand meint dann aber, ja, äh, könnte man's mit dem richtigen Zusatz nicht eher verstärken statt abschwächen? Und er meint dann so, ja, wo ich herkomme, da sind Edelmetalle seltener gewesen als Hühnerzähne. Mhm. Aber, äh, sie haben dann das Edelmetall, was sie hatten, haben sie dann eben gelernt, klug einzusetzen und zu verbinden. Und so haben sie dann auch erzählt, er dann, also hat er wirklich dann wohl auch gelernt unter seinem Meister, dass man, weiß ich nicht, durch, durch den Einsatz von Nickel, dass man da zum Beispiel Schwerter leichter oder härter machen kann. Ich weiß nicht, du bist hier der Schwert-Fan. Ja, aber ich weiß nicht wirklich viel über, ähm, diese technischen Sachen. Mhm. Aber es könnte durchaus sein. Ich weiß halt, ähm, auf jeden Fall, dass die allerersten Schwerte, die es so gab, waren aus Bronze. Mhm. Und sind immer verbogen. Es gab halt wirklich halt, ich weiß nicht, ich glaub, die frühen Kelten hatten solche Schwerter und das im Prinzip, die haben einmal zugehauen und dann mussten sie mit dem Fuß wieder gerade biegen. Mhm. Mhm. Okay. Ja gut, geht ja jetzt schon eher Richtung Schmiedekunst und nicht so, äh, Kunst des Schwertkampfs und so, ne? Ja, sicher, genau. Ja, und hier mal muss es halt natürlich die Shorthand dann zeigen, von wegen, oh, er weiß etwas darüber und bla bla bla. Kalle Brimboer ist auch durchaus inspiriert von dem, also man merkt, der ist sehr, sehr schnell beeindruckt, ne? Mhm. Und hört dem auch wirklich bald zu, wie so ein gelehriger Schüler, was schon was heißen will, weil es ist, es ist halt eine totale Umkehr, ne? Erst sagt irgendwie Halbrand, oh, ja, der legendäre Kalle Brimboer und der steht dann da förmlich so, dem, dem hat eigentlich nur noch so ein, so ein, so ein, so ein Klemmbrett und Monockel gefehlt irgendwie in der Szene. Halbrand sagt dann, ja, äh, das Wissen, was ich euch hier gebe, betrachtet es als, Achtung, Geschenk. Und das war schon, war, war das schon die zweite Keule in Richtung Halbrand? Ich glaube schon in dieser Folge. Mhm. Oder auf jeden Fall war es eine Keule. Äh, aber bevor wir noch zu anderen Keulen kommen, die hier auf Halbrand einprügeln und auch auf den Zuschauer und die Zuschauerinnen, gehen wir, äh, kurz, äh, rüber nach Numenor und tatsächlich nicht irgendwie auf die Schiffe, sondern wirklich auf die Insel, wo ja bekanntlich, äh, Pharrason in der, äh, Abwesenheit von Mirielle herrscht. Äh, und Pharrason kriegen wir dann auch hier zu Gesicht und er steht bei niemand geringerem als dem eigentlich rechtmäßigen König Tarpalantir. Und mit dem scheint es so langsam zu Ende zu gehen. Ja. Also wirklich ordentlich zu Ende zu gehen. Und er spricht dann davon, dass sie ihm irgendwie ein, ein würdiges Grabmal errichten wollen. Da kam er dann auch so in den Sinn, da gibt's ja diese Szene in die Rückkehr des Königs, natürlich nur im Extended Cut, wo, äh, wo, äh, Gandalf so ein bisschen erzählt über die Geschichte Gondors, Pippin, wo der dann irgendwie auch sagt, dass die, dass die Fürsten, äh, von, von Gondor begannen, äh, prächtigere Grabmäler zu bauen als die, als die Behausung der, der Lebenden. Ja. Also die, die Toten haben's besser als die Lebenden. Und er redet dann hier auch davon, von, von Unsterblichkeit und dass von der irgendwie niemand zu träumen wagt, der sterblich ist. Ich, ich weiß nicht, äh, hatte ich's dir schon mal erzählt, was mit Pharrason in der Lore noch so ansteht? Ja, so ein bisschen. Halt, ich hatte eine Theorie online gelesen von jemandem, der gesagt hat, äh, Pharrason wird hier noch im Prinzip den König ermorden und einen Putschversuch starten. Mhm. Mhm, dass er's noch nicht gemacht hat, wundert mich. Ja, und was, was ja auch nicht, ähm, nicht, nicht passiert, jedenfalls scheint das nicht wirklich der Fall zu sein. Aber ja, ich, du hattest mir ja ungefähr erzählt, wo das mit ihm so ungefähr hingeht. Und das so, also, dass er jetzt mit dem Thema Unsterblichkeit verknüpft wird und dann dabei auch so einen richtig glasigen Blick hat, ne? Ohne jetzt hier zu spoilern, aber wenn sie das machen, und ich will's hoffen, weil das ist eine ziemlich geile Story. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich die mal zu sehen kriege. Naja, äh, jedenfalls nicht so, wie man sich's dachte. Auf jeden Fall, äh, stehen dann hier, glaub ich, irgendwie in diesem Raum, äh, mehrere, äh, Zeichner tatsächlich oder Zeichnerinnen auch, äh, die aus allen Teilen Numenors ausgewählt wurden. Und die sollen jetzt ein, äh, ja, ein Porträt zeichnen, ne? Also, die bekommen irgendwie alle eine Stunde mit dem König, um dessen Gesicht zu zeichnen. Und dabei ist auch eine alte Bekannte, nämlich Earien. Mhm. Die wir jetzt, glaub ich, seit Folge 5 nicht mehr gesehen haben? Ja, müsste, ja, ja, genau, es kommt hin. Ja, genau, und sie sollen halt, sie bekommen jede eine Stunde mit dem König und, äh, ihr dürft eben auch dann, und die Beste wird dann das Beste, äh, die Person, die das Ebenbild am besten hinkriegt. Genau. Wird, wird ausgewählt. Ist praktisch so eine Art Casting hier. Ja, genau, und das ist auch basierend auf Können, etc. Und da ist mir was, äh, eingefallen. Mhm. Ein Link. Okay. Und zwar, ähm, wir sehen sie dann dort sitzen, am Bett, und sie zeichnet eben das Antlitz des Königs. Und da dachte ich mir, wird sie die Person sein irgendwann, die später dahinter steckt, äh, dass die, ähm, großen Statuen von Ithilion und Anarion entstehen? Ah, die Argonaut, ja. Ja, weil das, das, der Link passt zu gut. Durchaus. Äh, dadurch, dass sie jetzt halt eben schon halt dieses Abbild macht, halt von einem, von einem Gesicht, und da dachte ich mir, das, damit wollen die irgendwo hin, damit wollen die vorbereiten, denke ich mir. Die ist nicht, die ist nicht umsonst da, und so weiter. Die ist halt zu groß, die ist noch zu groß und bestimmt, weil deshalb haben sie auch diesen Deal drum gemacht, oh, du machst was mit Architektur und so. Und deshalb, sie wird irgendetwas sehr Wichtiges bauen. Oder denke ich mir, das sind wichtige Bauten in der Geschichte allgemein. Und jetzt, da wir jetzt noch den Link haben mit einem Gesicht, da dachte ich, ja, ja. Ja, vor allem sind ja die beiden Statuen, also die Argonaut, äh, die wir ja sehen in die Gefährten und die wirklich gigantisch sind. Das ist mit eine der geilsten Szenen überhaupt. Ich weiß noch, ich hatte die, die erste Buchausgabe von die Gefährten, die ich hatte, das war eine zum Film, und da war dieses Bild drauf. Und ich hab dann das Buch die ganze Zeit gelesen und dachte mir, hab ich irgendwas verpasst? Wann kommt denn jetzt endlich diese Szene? Weil da hatte ich den Film noch nicht gesehen. Ja, ich hab, ich hab die gleiche Ausgabe, ja. Oh, ah, ich hab sie leider nicht mehr. Oh, die war so toll. Und ... Ich hab sie erst neulich aus der Kiste geprüft. Oh, her damit, schick sie mir. So. Ähm, und kleine Deeds unter Nachbarn hier. Und, äh, ja, es ist schon, also auch unter dem Gesichtspunkt, dass ja, äh, diese beiden riesigen Statuen, die ja diese Drohgebärde der Warnung zeigen, da passiert man ja die Grenze zum Königreich Gondor. Und, äh, das sind ja tatsächlich auch ihre beiden ... Nee, nee, genau, das eine dürfte ja ihr Vater sein, Elendi, und das andere ist, äh, Anarion. Äh, der Bruder, der, äh, schon mal erwähnt wurde und den es anscheinend wohl auch gibt in der Serie. Nee, Isildur ist die andere Statue. Bist du sicher? Isildur, das sagt, nee, das sagt, das sagt, das sagt, das sagt Aragorn doch, das sind Isildur und Anarion. Ach so, ah, okay, da hab ich mich mit Elendi vertan, okay. Dann sind's, dann sind's ihre eigenen Brüder. Genau, ja. Ja, ich muss sagen, der Link, der ist schon, das hast du schon gut beobachtet. Also, da hab ich gar nicht so drüber nachgedacht. Du, du meintest das doch schon öfters, dass sie wohl irgendwie, also ich mein, sie ist ja der Baumeistergilde, äh, beigetreten und dann, dann macht das schon irgendwo Sinn. Genau, ich hatte halt nur bisher nicht diesen Link, wo ich halt dachte, oh, was wird sie bauen? Ich denk mir, sie wird dann für irgendetwas Wichtiges verantwortlich sein, aber jetzt denk ich mir, ah, vielleicht ja dafür. Dann hat sie vielleicht endlich mal sowas wie eine Aufgabe in der Serie. Naja, im Prinzip, jetzt im Moment wird's halt noch Teaser, jetzt wird's irgendwie vorbereitet. Aber ich bin froh, dass sie hier nochmal auftauchte, um noch so ein bisschen was, äh, zusätzlich zu machen, weil hier während ihrem Beisein wacht der König auf. Ja, äh, sie wischt ihm eigentlich, glaub ich, erst nur den Mundwinkel ab. Genau, und dann aber, äh, wacht er auf und er verwechselt sie mit seiner Tochter. Genau, äh, wo ich richtige, also ohne zu spoilern, aber ich hatte da richtige House of the Dragon Flashbacks, weil es in der achten Episode eine recht ähnliche Szene gibt. Äh, auch mit einem, äh, König und, und einer Verwechslung, aber, äh, gerne reinhören, äh, in den Podcast, äh, zu House of the Dragon mit, äh, Paul und Sven. Auf jeden Fall genau, er packt sie und das, das war ein etwas komischer Kommentar. Ja, er sagt nämlich irgendwie zu ihr, ich weiß, was du getrieben hast in der Nacht. Und das hatte echt sowas von wegen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, also ich dachte, der hat gleich. Ja, das war komisch, weil ich halt, da ist noch nicht klar, dass er sie verwechselt. Ja. Und da dachte ich mir, hä, hat er, spioniert der irgendwie seine Untertanen aus in irgendeiner Form? Ja, ich, ich, ich dachte, der, äh, weiß ich nicht, vielleicht hat der irgendwie einen gesteigernden Geruchssinn und weiß, dass sie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, also ich weiß ja nicht. Letzte Nacht bei Cayman war egal. Ja, genau, das dachte ich halt erst, hä? Aber nein, dann ist halt klar, dass er denkt, das ist seine Tochter und, und er warnt sie, äh, wenn wir nicht zu unseren alten Wegen zurückkehren, unser Volk, dann wird unsere Insel fallen. Genau, und, äh, die ist erst total perplex, will dann irgendwie, äh, irgendjemand rufen, also die Zofe, die jetzt irgendwie kommen soll, sie ruft da erst nach Hilfe, aber das bringt nichts. Und dann, äh, kommt sie zurück und sieht, dass der sich nochmal aufgerafft hat und ihr einen Geheingang öffnet, wo wir ja auch schon mal waren, mit Galadriel, Tar Palantir, äh, der übrigens einen sehr albernen Namen eigentlich auch noch hat. Der heißt nämlich irgendwas mit Miniatur oder so ähnlich. Ah, okay. Den Namen finde ich unfreiwillig komisch, es tut mir leid, der fiel auch schon, glaube ich, in der vierten Folge. Ja, ja, könnte sein. Äh, sie, sie, äh, steigt auf jeden Fall dort hoch. Und er sagt noch zu ihr, ähm, schau nicht zu lange hinein, so wie ich, wenn ich kann nicht mehr auseinanderhalten von dem, was war. Mhm. Und, äh, und dem, was sein wird. Und sie geht hoch in den Raum und sieht dann Palantir und zieht das Tuch weg und dann sind wir weg. Genau, cut. Äh, da muss ich auch nochmal tatsächlich was korrigieren, was den Palantir angeht. Hier in der Serie wird das ja so verkauft, dass der durch Raum und Zeit geht. Tatsächlich ist das aber nicht so. Damit haben die größtenteils über große Entfernungen, äh, korrespondiert. Also, man könnte sagen, Mittelerde Skype. Und, äh, also, dass man da irgendwelche Visionen hat. Es sei denn, es wird irgendwie manipuliert von Sauron oder was auch immer. Das, das gab es so eigentlich nicht. Ja, weil, ich weiß nicht, Dienethor sieht darin doch auch falsche Dinge. Ja, natürlich. Dinge, die ihm aber gezeigt, nee, nee, ihm werden nicht unbedingt falsche Dinge. Ja, gut, es ist Sauron, der den Palantir da manipuliert. Ja, oder halt, genau, oder halt, er, 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 weiß nicht, er deutet Dinge falsch oder wie auch immer. Genau, aber da noch mal, ich glaube, dass sie das hier von den Eigenschaften so ein bisschen kombiniert haben mit Galadriets Spiegel. Ja, das dachte ich mir auch. Also, es ist so ein bisschen so Dinge, die waren, Dinge, die sind und einige Dinge, die vielleicht noch sein mögen. Sehr gute Kate Blowshead-Impression. Ja, ich muss so ein bisschen, äh, äh, ich, ich, ich glaube, ich, ich hab die ja nie gehabt, aber ich glaube, die erste Version der Blu-ray-Ausgabe von Die Gefährten, also von, von dieser Blu-ray-Box, äh, die war irgendwie ein paar Oktaven zu tief abgemischt und dadurch klang Galadri fast schon wie ein Kerl, soweit ich weiß. Ja, die hat irgendwie ein paar Tonprobleme. Naja. Ja, aber nee, das, das wurde dann ja damals ausgetauscht, aber ist jetzt auch egal. Äh, wir sind, äh, dann mit dem Cut zurück in Eregion, wo dann, äh, Gil-Galad ein bisschen perplex ist, was ihm hier verkauft wird als, äh, die Rettung, äh, des ganzen Elbengeschlechts. Nämlich ein einziger Gegenstand, äh, dieses, äh, nette Stück Mithril, was er da in der Hand hält. Und, äh, Gil-Galad ist dann so ein bisschen so, aha, ein Gegenstand für ganz Mittelerde. Das ist das Einzige, was ihr hier vorzuweisen habt. Und Elrond meint, naja, also, wir sollten ja alles tun, was nötig ist. Und dazu gehört es dann eben auch unkonventionelle Lösungen zu präsentieren. Und, äh, Kelle Brimbo meint dann, dass sie, äh, dass sie den Plan halt ändern müssten. Weil, also, ursprünglich war wohl der Plan, auch wenn sie das nie so ausgesprochen haben, dass sie wohl aus dem ganzen Mithril für sämtliche Elben irgendwie Rüstungen oder sowas herstellen. Oder auf jeden Fall Gegenstände. Genau. Und wie gesagt, da ist schon wieder diese Atlantis-Velost-Empire-Parallele, wo die alle diese, diese Edelsteine um den Hals tragen, die nicht nur halt irgendwie das Lebenslicht von ihnen allen und der Stadt repräsentieren, sondern mit denen sie auch, was auch noch die Zündschlüssel sind für die, äh, Maschinen. Ja, ich, ich, ich nannte es, glaub ich, im fünften Podcast liebevoll, äh, Dimitril Powerbank oder sowas. Mhm. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall, äh, meint dann Kelle Brimbo, naja, also, wir haben jetzt so wenig von dem Zeugs, aber deswegen machen wir dann einen kleinen Gegenstand raus und Galadriel steht auch dabei und meint dann so, ja, was willst du denn jetzt hier? Zepta, Schwert, äh, mutmaßen sie dann alle und vielleicht eine Krone. Also, Kelle Brimbo hat die Idee, eine Krone, weil die hat eine runde Form und dadurch wird dann das Licht von, äh, von Dimitril und was ja das Licht aus Valinor ist, das reflektiert sich dann selber in einem Kreislauf und potenziert sich dann so sehr, dass es dann, also, die, die, die Macht, die davon ausgeht, steigert sich dann. War eigentlich sogar eine ganz nette Idee und ergibt tatsächlich auch irgendwo Sinn, ne? Ja, ich mag es, wie jetzt das Mithril tatsächlich auf diese Weise eingebunden wird. Also, das ergibt Sinn. Eingebunden, hä, hä. Ja, 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 aber halt, also, in dem Sinne halt jetzt, wo, wo es jetzt endlich hinführt mit dem Mithril, so ist für mich schlüssig. Äh, aber Gil-Galat ist trotzdem nicht so wirklich überzeugt, weil meint, ja, eine einzige Person sollte diese Macht besitzen. Das ist auch ziemlich gefährlich und es ist halt auch wieder mit, ja, eine einzige Person, ne? Das ist halt auch wieder so. Ach, dieser ganze Plot. Und, äh, Galadria meint dann aber, dass, dass, dass der gefahrvolle Weg auch manchmal der richtige Weg ist, denn sonst würde sie ja nicht dort stehen und Gil-Galat so, äh, watscht sie so richtig ab mit so, ja, eigentlich solltest du auch gar nicht hier sein und redet dann irgendwie kein Wort mehr mit ihr in der ganzen Szene. Auf jeden Fall, ähm, sagt er dann halt, ja, ich hätte die Lösung nicht, aber dann hab ich mit dem Südländer geredet und dann sagt er, die Worte waren im Prinzip eine Macht, die stärker ist als Fleisch und so weiter. Das sind halt genau die Worte, die, ähm, Ada zu Galadria gesagt hat, wo sie dann aufhorcht. Moment mal, wann hast du das, wer, war der, war der, war Heilbrant hier, als, als du das und von wegen, was sind das für Worte? Und, äh, ja, sagt er dann wirklich, äh, äh, dass, äh, also, Kille Brimbo meint ja, dass, äh, dass man wirklich eine Macht des Geistes erschaffen will, nicht der Stärke direkt, also nicht der körperlichen, sondern der unsichtbaren Welt. Das ist dann auch tatsächlich ein Verweis darauf, dass es bei Tolkien sowohl die, die sichtbare als auch die unsichtbare Welt gibt und zu der unsichtbaren haben tatsächlich auch nur wenige Zugang, wahrscheinlich dann wie Elrond und Galadriel, die, die ganz weisen. Ich kann das jetzt hier nicht so ausführen, da kann man gerne, äh, bei dem YouTube-Kanal Mythen aus Westernis, äh, mal reinschauen, äh, die erklären das sehr, sehr anschaulich. Äh, das kann man auch tatsächlich eher bildlich erklären. Jedenfalls merkt man also, bei Gil-Galad ist es dann auch wirklich höchste Eisenbahn, ne? Also, er meint, ja, seit dem Ausbruch des Orodruin, von dem sie anscheinend wissen? Ja. Ja, gut, weiß ich nicht, vielleicht haben sie das, ja, ich mein, gut, so ganz so weit ist es ja nicht weg. Wir sind ja nicht hier in Lindon, sondern in Eregion. Äh, jedenfalls seitdem verliert der große Baum in Lindon noch mehr Blätter. Und es ist wirklich, wenn, wenn sie nicht bald eine Lösung finden, dann müssen sämtliche Elben Mittelerde verlassen, ansonsten werden sie schwinden. Dass sie schwinden werden, das ist tatsächlich auch in der Lore verbürgt, das geht dann auch zurück auf dieses Verhältnis sichtbare, unsichtbare Welt. Also, dass die Elben dann wirklich buchstäblich irgendwann unsichtbar werden, wenn sie zu lange, äh, dem, dem Licht, äh, ferngeblieben sind von Valinor. Aber, ja, gut, äh, über diesen Plot haben wir ja, glaube ich, schon genug gesprochen und ich muss sagen, ich finde es gut, dass er hier, dass er hier eigentlich schon mehr oder weniger wieder ad acta gelegt wird. Hm. Ja, jedenfalls wird Galadri dann der Hellhörig, äh, und merkt, dass diese Idee, äh, oder, nee, genau, äh, Celebrimbo weist ja darauf hin, dass das Halbrand da irgendwie dann seine 10 Cent zugegeben hat. Und, äh, der König weist dann aber an, dass, äh, die Stadt geräumt werden soll und dass alle nach Lindon, äh, zurückgehen sollen, also, dass dann, äh, Eregion auch verwaist wird, äh, mehr oder weniger. Und Galadriel ist dann aber trotzdem sehr aufmerksam gewesen und möchte von Celebrimbo wissen, ja, wo habt ihr das denn jetzt genau gehört? Und Celebrimbo, ja, weicht relativ aus, meint so, ach ja, das hab ich irgendwie mal so aufgeschnitten. Habt, als ich mich mit meinen Schmieden beraten habe, glaub ich. Ja, oder vielleicht sind's meine Worte und so. Genau, also, der ist auch gar nicht bescheiden, ne? Ja, oder, wie gesagt, oder er ist so ein bisschen so leicht verwirrt oder wie auch immer, oder halt auch nicht. Ja, wankelmütig irgendwie. Ja, genau, oder halt, wie gesagt, so ein bisschen, Moment, wurde ich vielleicht beeinflusst in irgendeiner Form? Ah, nee. Ja, nee, 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 nee. Nee, nee, das, äh, aber da dachte ich mir dann auch so, ich meine, Halbrand hat irgendwie ein paar Sätze mit dem gesprochen und die verkaufen das hier fast so, als hätte er eine Inception an dem vollzogen. Ja, so ungefähr. Witzig, weil der, witzig, weil Celebrimbo's Schauspieler war ja in einem Christopher Nolan-Film. Stimmt, der saß im Aufsichtsrat von Wayne Enterprises, ja. Ich muss da sagen, ich mag ja den Schauspieler irgendwie, aber so richtig, also in der Folge jetzt schon eher, aber irgendwie zündet der für mich nicht so in der Rolle. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Nee, ich mag ihn sehr gerne, halt allgemein, weil ich kenne ihn halt aus anderen Sachen, wo ich ihn sehr gerne mochte und ich finde hier, ich mag ihn so als diesen, er hat, äh, ja, ich mag ihn an sich und ich bin mir sicher, dass er halt noch, ja, er wird noch einige andere Sachen vollbringen, so in der, in der Hinsicht und, äh, ich mag das, diese Art von etwas, etwas älteren, altehrwürdigen Elben und so weiter. Ich finde das, ich finde das macht er sehr schön. Halt, ich, ich finde es immer, ähm, beängstigend oder in dem Sinne, ich finde es immer halt komisch, wenn meine Mutter zum Beispiel kann bei bestimmten Schauspielern und Schauspielerinnen nicht so ganz sich loslösen von etwas Bestimmtem, was die gemacht haben. Haben viele. Und, ja, und dann, und dann halt, weiß nicht, dann sieht die einen in einer bestimmten Rolle und gewöhnt sich da so dran und dann kann sie sich nicht dran, moh, hä, was, da spielt jetzt das und nee, das kann ich, aber mir fällt das sehr viel leichter. Es könnte man darauf an, worum es geht, um wen es geht. Genau. Und, äh, entsprechend halt, äh, genau, hatte ich damit kein Problem. Weil zum Beispiel sowas wie halt ja Ian McKellen, ja, er ist Gandalf, aber er ist auch Magneto. Ja, oder auch, äh, Lee Teabing in, äh, Da Vinci Code. Ja. Oder auch ein Alt-Nazi in Der Musterschüler, den wir auch schon mal erwähnt haben. Genau, ja, alles. Nun ja, äh, wir, äh, kommen dann aber, äh, zu einer, also, Galadri kriegt's nicht so wirklich raus aus ihm mit Heilbrand, ne? Mhm. Und, äh, wir kommen dann aber zu einer Szene, da, äh, also, den Schauspieler kennt man ja auch als Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Äh, Gil-Galad, äh, der sich so langsam verabschiedet und Elrond, äh, läuft ihm danach und meint dann so, ja, bitte gewährt mir drei Monate, das seid ihr mir schuldig. Und Gil-Galad meint dann so, eigentlich ist doch keiner euch was schuldig, wo ich mir da auch so dachte, ja, was, was soll der ihm jetzt genau schuldig sein, dass er eigentlich nichts wirklich vorweisen kann, zumindest aus Gil-Galads Sicht. Und, und, äh, und Elrond meint dann aber, ja, gewährt mir doch jetzt irgendwie diese, diese Bitte nicht als Wiedergutmachung, sondern weil ich euch darum ersuche. Und, äh, äh, Gil-Galad meint dann aber, ja, also, die Hoffnung, an die ihr euch klammert, ist, ist trügerisch. It's a fool's hope. Und, äh, genau, genau, das ist, nur ein Nahkonto hoffen. Genau. Ja. Das meine ich, und, äh, was mir aufgefallen ist in der Szene, Gil-Galad trägt hier seinen Speer. Stimmt, der ziemlich schick aussieht. Ja. Ja. Sehr, sehr schön, genau. Ja, aber das ist halt, Gil-Galad war, also, dieser Speer wird noch eine gewisse Rolle spielen, so gesehen. Oh, ja, stimmt. Er ist halt wirklich auch ein König, der des Krieges mächtig war, oder als es definitiv noch sein wird. Ja, man, man muss mal so ein bisschen, äh, Adapedia und so stöbern. Der Typ ist ein verdammter Motherfucker. Ja, wirklich, also, was der alles, äh, auf dem, auf dem Kerbholz hat und wie lange der auch König war. Also, wirklich, das komplette zweite Zeitalter durch, glaub ich, bis er dann ja ein etwas unrühmliches Ende nahm, was wir natürlich jetzt nicht spoilern werden. Aber, äh, gerne mal nachsehen, der ist, äh, eine verdammt epische Figur und ich hoffe, dass wir noch viel, viel mehr von ihm sehen. Ich find diesen Benjamin Walker gar nicht schlecht, der hat halt, er hat halt nicht viel zu tun. Genau wie Kelle Brimboa. Bisher noch nicht, ja, bisher noch nicht, halt einige, einige, aber das war ja auch so, bei Game of Thrones waren auch nicht alle so gleich ihr volles Potenzial. Dass einfach, ja, sie sind hier, und mit denen wird das noch irgendwie weitergeführt. Und hier gibt's auch halt definitiv Figuren, wo das so ist. Und er ist einfach, ja, er ist da, weil er natürlich entsprechend gewisser, in gewissem Sinne wichtig ist. Aber jetzt ist er noch nicht vollkommen ausgereizt. Aber es ist halt toll, diese Figuren einfach zu sehen, die man bisher einfach nur geschrieben kennt. Und im Fall von Kelle Brimboa, da hat man immerhin eine Version von ihm, hat man gesehen, in den Shadow of Mordor-Spielen. Oh ja, wo er ein verdammter Badass-Motherfucker ist. Ja, genau. Aber halt, ja, ich mag es, wie man dann so nach und nach einfach mal diese Figuren in verschiedener Art interpretiert sieht. Und das leitet ein, eine Reihe von Sequenzen, die ich gerne betiteln möchte, mit Smithing-Porn. Ja, aber richtig. Fand ich aber sehr toll gefilmt tatsächlich. Also, dass man dann auch mal so diese Gerätschaften sieht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenn mich damit nicht aus. Schon gar nicht mit so, sag ich jetzt mal, wirklich mittelalterlicher Schmiedekunst. Wobei jetzt heute das gar nicht mal wahrscheinlich so anders ist in den Grundzügen. Man sieht da also halbrand bediente verschiedene Gerätschaften. Wir können nicht wirklich sagen, was das ist. Man sieht halt, was sie dafür so benutzen. Und ich hab hier in meiner Notiz eigentlich nur stehen, ja, sie gehen ans Werk. Ja, genau. Und das ist einfach so eine schöne Schmiede. Einfach ein richtig schöner Raum. Ja. Und ja, ich mag das Set-Design einfach sehr gerne. Ist, ist schon toll. Also, das Set-Design ist hier vom allerfeinsten. Ich mag auch das neue Kleid, das Galatia trägt, find ich unglaublich schön. Ja, das ist, das ist wirklich schön. Aber sie ist ja trotzdem, ja gut, grün ist die Hoffnung, trägt sie. Aber sie ist ja trotzdem sehr misstrauisch. Und lässt dann irgendwie einen Gelehrten oder was auch immer zu sich kommen und bittet um Aufzeichnungen. Denn sie ist halt so ein bisschen, ja, sie kommt jetzt doch so ein bisschen ins Grübeln, was so das Königshaus der Südlande angeht. Äh, wo ich mir dann aber auch so dachte, ich weiß nicht, diese, diese Schlussfolgerung ist ein bisschen seltsam. Weil klar, er hat das im Gespräch mit Ada gehört. Also, hier von wegen, äh, eine unsichtbare Macht erschaffen, bla bla bla. Aber, also, es, es, es kam von Ada und nicht von Halbrand selber. Deshalb wundere ich mich jetzt schon, warum sie jetzt auf einmal aufgrund so einer eigentlich ja nicht mal wirklich ungereimt hat, dann plötzlich alles anfängt in Frage zu stellen. Das wirkte auf mich konstruiert. Äh, weiß nicht, ich hatte so ein bisschen, keine Ahnung, also für mich wirkt es halbwegs, wo sie denkt, äh, kann vielleicht nicht schaden. Und in dem Sinne, ja, also, dass sie jetzt nochmal nachforschen will. Genau, sie schickt ihn auf jeden Fall weg, dass sie, dass er dort. Und, ja, sie hält es vor allem geheim. Genau. Ne, sie sucht dann irgendwie als, als hier Kelle Brimboa. Es soll, es soll ihr dann ja auch nicht, ich denke ja auch als Vorsichtsmaßnahme, es soll mir dann ja nicht peinlich sein, wenn dann doch alles in Ordnung ist. Und so, dafür wollen auch niemanden beunruhigen. Genau, aber sie, sie haben, äh, wohl auch dann nicht irgendwie viele Aufzeichnungen schon gar nicht über Könige der Sterblichen. Und es reicht nicht aus den Südlern. Es wundert mich, ehrlich gesagt, dass sie darüber überhaupt irgendwas haben. Naja, aber es ist, Elben sind ja auch gern mal pingelig. Und ich denke mal, die wollen halt, und die haben ja Zeit wie nix. Und, äh, da sammeln die ja natürlich alles, was sehen die, sammeln sie ja und schreiben mal das auf, was sie dann so in die Finger kriegen können. Weil die sehen sich ja auch selbst so ein bisschen als die, so Heilsbringer und Verwalter von Mittelerde. Das, was sie ja auch sind, weil ich meine, die haben die ja, das, das, das Volk der Südlande dort ja über, über Jahrzehnte lang im Prinzip überwacht und ausspioniert. Also ist natürlich klar, dass sie dann in der Vergangenheit gewisse Schriften angelegt haben. Oh ja, hier und da und so. Aber dann, äh, kommt dann, ich glaub, sie schickt den dann weg und dann findet Halbrand sie auch relativ schnell und meint dann, ja, äh, Kelle Brimboa hat jetzt irgendwie einen Weg gefunden. Galadriel, die, die kommen sich auch recht nah so im Gespräch, ne? Also man merkt, die sind mittlerweile doch sehr vertraut miteinander. Äh, wundert mich eigentlich, dass sie ihn nicht eher so ein bisschen auf Abstand hält. Aber ja gut, sie will sich vielleicht auch nichts anmerken lassen. Und er ist halt so, ja, ich, ich kann's kaum fassen, dass ich, dass ich hier bin, äh, und jetzt irgendwie hier mit dem großen Kelle Brimboa, äh, in der Schmiede stehe und so. Und dann bedankt er sich bei ihr, weil, äh, sie, sie hat an ihn geglaubt und er hatte sich eigentlich schon aufgegeben. Und dann sagt er so, ja, das, das wird er ihr nie vergessen und er wird auch dafür sorgen, dass andere es nicht vergessen. Hm. Und dann geht er weg und Galadriel ist so, äh, irgendwas ist plötzlich komisch mit dem Typen. Mit dem Typen, mit dem sie jetzt irgendwie, ja, ich glaub, seit Folge zwei, äh, äh, zusammengekommen ist. Ja. Und, äh, mit dem sie ja auch wirklich schon so eine gewisse Vertrautheit eigentlich hat und plötzlich, ah, das, das, das schlägt mir zu plötzlich um. Bei ihr. Das, das ist mir zu sehr Holzhammer. Aber, naja. Äh, genau, also Galadriel ist auf jeden Fall misstrauisch und, äh, forscht dann ja auch schon nach, will sich dann aber trotzdem nichts anmerken lassen. Und wir springen dann woanders hin, nämlich zum Fremden. Und, äh, diese Priesterin, äh, äh, haben ihn da irgendwie, ich glaub, am Lagerfeuer sitzen die da mit ihm. Also die, die klären die dann wirklich jetzt darüber auf, wer er ist. Also von wegen, er ist Sauron, haben wir ja schon gehört. Und die meinen dann, äh, je mehr eure Macht erwacht, Meister, desto schwächer wird dieser Schleier, den man euch, äh, auferlegt hat, seitdem man euch, äh, das erste Mal zu Fall brachte. Und die wollen ihn anscheinend in ihre Lande führen. Also nach Ruhn. Mhm. Ja, hier kommt die Tölung, wo sie herkommen. Äh, hier wird's dann auch, glaub ich, wirklich gesagt. Und sie erklären ihm dann auch, was diese Sternbild, also er, er, äh, ist dann wirklich so von wegen, oh, ihr bringt mich dahin, wo, wo hier diese, diese Sterne, die ja da irgendwie auf dem Pergament hat von Sardok. Äh, und die Sterne, die finden sich ja bekanntlich auch auf den, ich sag jetzt mal, ja, oder ich glaub ein Schild war das. Oder irgendwie so. Sieht so aus, das ist auf jeden Fall die seltsame. Ich nenn es nicht schon wieder Blechteller. Jetzt doch. Äh, da ist auf jeden Fall auch dieses Sternbild drauf und das wird der Hut des Einsiedlers genannt. Ja, und da dachte ich schon, aha. Ja, 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 obwohl's, ja, obwohl's, sah's aus wie ein Hut? Ich hab da jetzt gar nicht so. Es sieht aus wie ein Hut, halt aus einem bestimmten Winkel. Es sieht aus wie so ein Zylinderhut im Prinzip, der so oben. Ach so, ja, dann suchen sie eher Abraham Lincoln hier. Ja, ja, so ungefähr sieht's aus, ja genau. Aber es sieht halt aus wie ein, wie ein Cartoon-mäßiger Hut, ähm, so wie's angeordnet ist. Auf jeden Fall ist Run wirklich weit, weit im Osten. Also das ist noch weiter im Osten als Mordor. Es gibt dann tatsächlich welche, die jetzt schon eingelenkt haben, also im Hinblick auf die Theorie, dass er Gandalf ist. Ähm, dass Gandalf wohl mal irgendwo gesagt haben soll, dass er niemals in den Osten gereist ist. Also in seiner Zeit in Mittelerde, dass er in den Süden, Westen, Norden gereist ist, aber niemals in den Osten. Wer aber in den Osten gereist ist, sind welche von den zwei blauen Zauberern tatsächlich. Hm. Äh, die da wohl irgendwie eigene Kulte gegründet haben. Also die dann wohl irgendwie auch, also Gandalf ist ja am Ende der einzige von den fünf Istari, der, äh, seinem Auftrag wirklich gerecht wurde. Weil Saruman ist korrupt, äh, geworden oder hat sich korrumpieren lassen und die beiden Halodris dann da auch. Also von denen hast du ... Also es wäre schon cool, wenn sie die Lücke mal füllen würden. Was genau mit Radagast passiert ist, weiß ich dann gar nicht. Er hat dann irgendwie, weiß nicht, aus sich aus allem rausgehalten dann. Ja, Radagast, Radagast ist eigentlich eher der Einsiedler. Ja gut, das wird dann hier auch für Radagast sprechen, aber ... Es gibt ja auch so gewisse Aspekte an ihm, die für Radagast sprechen, aber nun ja. Ja. Auf jeden Fall meinen die dann, ja, er ist von den Sternen gefallen und doch ist er mächtiger als sie. Und, und, äh, sie zählen dann irgendwie so ein paar Sachen auf und man lässt dann so im Kopf Revue passieren. Ja, das Feuer gehorcht ihm, die Erde bebt, wenn er wütend wird, äh, Wasser gefriert zu Eis, etc. Also dass er halt wirklich das alles, äh, beherrschen kann, die Elemente ist ... Ich muss so ein bisschen an Avatar, Herr der Elemente denken, ich weiß auch nicht. Nein, es ist schon, ja, diese Verbindung ist klar. Aber auf jeden Fall hat er so eine Art, weiß nicht, Gefühlsausbruch. Er ist ganz schön überwältigt von den Informationen und ... Ja, und sie nennen ihn, äh, also sie, sie sagen ihm wirklich so, ja, in den Runen wird er das Lernen, alles zu beherrschen, ne? Und, und während sie ihm das sagen, äh, äh, bäumt er sich immer mehr auf. Also sie von wegen, ja, du machst dir die Welt untertan, führst Sauron, ne? Also sie sind fest davon überzeugt, dass er Sauron ist. Und er, äh, bäumt sich dann auf, Blätter wirben umher, so ein Sturm ähnlich wie, äh, in der zweiten Folge, wo wir's, glaub ich, gesehen haben, ne? Mhm. Also auch, dass sich die Bäume irgendwie so ein bisschen nach ihm ausrichten. Irgendwann haben die, die, äh, Priesterin Trullas aber genug. Und diese, ich sag jetzt mal Anführerin, The Dweller, was einfach nur heißt, die Bewohnerin oder Einwohnerin, äh, pustet ihm dann so Staub ins Gesicht. Und er sackt dann halt zusammen. Und die meinen, ja, er muss lernen, seine Macht zu beherrschen. Und solange er, äh, das noch nicht wirklich, äh, noch nicht so richtig Herr seiner Sinne ist, wollen sie ihn erst mal festbinden. Ja. Und, äh, sie hört aber irgendetwas, also. Genau. Äh, bevor sie richtig können. Und da sehen wir, dass die Haarfüße ganz in der Nähe sind, die vier. Die wir sind, das sind halt, äh, Noris Mutter, Nori selbst, Poppy und, äh, Sadok. Genau, die ja aufgebrochen sind in der letzten Folge. Genau. Und die haben die wohl relativ schnell gefunden, verstecken sich, tarnen sich, wie man das kennt. Äh, da muss man auch sagen, diese ganze Szene in, äh, insgesamt, dass die Hobbits sich, sich sehr rasch und lautlos, äh, bewegen können, das stellen sie wirklich gut dar in der Folge. Ja, das wurde auch schon ein paar Mal, vorher kam das so ein bisschen, war das so ein bisschen zu sehen. Ja. Ja, also, halt, das ist eben, das ist eben das, das Tolle an denen. Und das ist etwas, was die, was die Filme nie so richtig dargestellt haben, wirklich. Äh, äh, ja. Nicht so direkt. Wo man halt, weil, mithilfe der Elbenmäntel, klar. Ähm, aber ansonsten war das nicht wirklich so der Fall von, ja, sie können, sie verstecken sich hier und dort, aber das hat nicht irgendetwas, weil das, bei, wenn man das bei Tolkien liest, dann das dieses Poetische, wo es so dieses leicht Übernatürliche ist. So in der Art von, wie es, wie es, wie es, wie es im Prinzip bei, bei Batman ist, wann immer sich komisch nach Gordon umdreht und dann ist er weg. Ja, ja. Ja, ja. Also, so ungefähr. Ja, genau. Und, also, so ungefähr, äh, hatte ich immer so den Gedanken. Ja, und hier stellen die das sehr schön dar, wie sie dann immer so hier rumhuschen und das sind halt wirklich diese Fluchtwesen ja eigentlich. Und wir halten uns bedeckt und, äh, wir tarnen uns. Aber Sadok hält es trotzdem für eine sehr schlechte Idee, äh, die da jetzt aufzustöbern in dem Lager und, äh, hier die Dweller ist aber irgendwie weg. Ja, jetzt, jetzt hätte ich bei einer Quella gesagt. Hat auch irgendwie ein bisschen was davon. Naja, auf jeden Fall halten die beiden. Ja, die, das, ja. Und dann noch auf die, auf die Melodie von Where the Shadows Lie. Ähm, äh, auf jeden Fall halten dann nur zwei Wache. Dweller ist weg und deshalb wollen sie jetzt die Gunst der Stunde nutzen und diese beiden anderen binden dann den, äh, den Fremden erst fest, hören aber ein Geräusch. Eine zieht ein Dolch und sie suchen dann, äh, nach den, äh, äh, stören Frieden. Und Nori und Sadok nutzen dann die Gunst der Stunde und befreien den Fremden. Währenddessen streift dann hier Marigold, also die, die Mutter von Nori, umher. Äh, also so durchs Dickicht und dann macht sie aber eine Entdeckung, die ich erst so gar nicht so richtig verstanden habe. Mhm. Denn sie findet den Fremden, der dort eigentlich bewusstlos liegt. Und man peilt es dann so langsam, oh, sie, they did it again. Ja. Äh, Nori bindet den Fremden los und spätestens als der sie anguckt, sieht man aber halt wieder, dass die Augen falsch sind. Und ich, ich muss sagen, also diese, diese Nummer mit den, äh, Camouflage ist das ja eigentlich ein Stück weit schon, das finde ich schon geil. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die Hobbits sich ja tarnen, aber die können das ja noch viel besser, ne? Ja, das ist, das ist cool mit diesem Gestaltwandel. Und auf jeden Fall sieht sie das danach, du Scheiße. Hast du damit gerechnet? Ähm, als, als der dann da lag, dachte ich, oh shit. Da schon, da schon, da ist ein Hoax. Da dachte ich dann, oh Mist. Genau, weil ansonsten halt, dachte ich halt, oh, da taucht jetzt hinter ihnen auf oder wie auch immer, weil sie weg ist. Aber nee, dass sie das getauscht haben, hätte ich nicht gedacht, aber ja. Sie machen das toll über die Augen einfach, ne? Das, das finde ich. Das ist halt echt klasse gemacht und es ist gruselig. Das finde ich richtig, richtig toll. Dann taucht eine der Priesterinnen auf und, äh, äh, trifft Zadok mit einem Wurfdolch in den Bauch, welcher dann erst mal, ähm, auf Kamera fällt und Nori wird auch hingeworfen. Und dann gibt's diesen megacoolen Verwandlungseffekt, wo sie Kopf über, Nori sieht Kopf über und die Kamera dreht sich langsam. Und dann fällt quasi der Mantel des, des Fremden von dieser Priesterin ab und verwandelt sich in Laub und dahinter taucht sie auf. Das ist echt nice. Das ist wirklich toll. Das fand ich, fand ich auch wirklich super. Sehr schön gemacht, sehr dramatisch, gruselig, genau, sie ergreifen sie jedenfalls. Aber dann taucht der, äh, Fremde hinter ihnen auf und wieder haben wir ordentlich Wind und er fegt die drei ersten Mal mit einem Stoß fort, wo dann halt die Erde bebt und unter seinen Händen erscheinen so Steine, die sich drehen. Also, das ist sehr dramatisch. Die Priesterinnen fallen um und dann kommt die, die Priesterin mit dem Stab halt, also die, die sich da immer verwandelt hat. Und das ist richtig cool. Das ist cool gewesen. Wie sie, sie, sie im Prinzip, ähm, überwältigt ihn mit dem Stab und dreht den Stab und dann dreht er sich in der Luft und so. Das hat so ein bisschen was von dem Zauberer-Duell auch im ersten Teil. Und das ist so, also es sieht so cool aus. Und es hat halt Gewicht und du spürst halt so wirklich die Kraftanstrengung dabei. Ja, vor allem diese ganzen anderen, äh, ich sag jetzt mal Elementarteilchen schweben da auch die ganze Zeit rum, ne? Ja, also kleine Steine irgendwie, äh, Holz etc., was, was da, was, äh, der Fremde halt aufgerieben hat, um da eben wie eine Druckquelle zu erzeugen. Ja, sie überwältigt ihn aber. Genau, sie schleudert ihn ganz schön brutal weg, man hört, man hört, glaube ich, sogar Knochen knacken. Ja, so hört es sich jedenfalls an und währenddessen wird eine der Priesterinnen, man sieht also, Sadok ist noch nicht tot, er taucht noch einmal auf und, äh, schafft es eine der Priesterinnen, die die ihn erwischt hat, in den Fuß zu stechen, was die dann aber auch nicht lange auffällt. Auf jeden Fall, er ist zwar noch nicht tot, aber sie sind kurz davor wirklich den, den, den Stranger umzubringen. Die Priesterin, die stößt auf, hört mich so ein Nasguh-Schrei aus fast schon, ne? Ja, es ist sehr übernatürlich, dann, äh, schafft es die mit dem Stab, ähm, das, 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 das fand ich, das fand ich sehr, sehr schönen Gegensatz, da hebt sie so sehr dramatisch den Stab und fängt an zu schreien, dann kriegt sie einen Stein gegen den Kopf. Und wo dann plötzlich die Dramatik so unterbrochen wird, wo ich dachte, oh, das ist, das ist schön. Ja, da ist doch dann, also hier, ähm, das fand ich tatsächlich auch fies, dass von dieser anderen Poppy wird ja regelrecht festgehakt mit Klingen, irgendwie so, also sie, sie rennt an so einem Baum vorbei und dann erwischt sie diese Priesterin. mit ihren Wurfmessern und die ist halt förmlich an dem Baum genagelt. Ja, genau. Wenn auch nur kurz. Dann schafft es, äh, Nori, äh, ihr den Stab wegzunehmen und, äh, dann nimmt die Priesterin Feuer in ihre Hände und bläst das Feuer überall hin und setzt im Prinzip die ganze Lichtung in Brand, während Nori dann zu ihm läuft und ihm den Stab gibt. Jetzt kommt schon und dann, und dann sagt er, bleib weg von mir, sonst tu ich hier wieder weh. Ja, ja, der denkt noch an, an, äh, ja, die gefühlten letzten hundert Male, ne, wo er irgendwie Scheiße gebaut hat und, äh, fast Leute verletzt hätte. Ja, und auf jeden Fall, die anderen sind eingekreist, dann Sadok ist ja verletzt und die anderen, also sie sind auf jeden Fall, stehen mit dem Rücken an die Wand, im wahrsten Sinne. Die wollen ja, die wollen ja auch den Fremden wirklich zur Einsicht bringen irgendwie, ne, also die wollen ihn zwar nicht verletzen, aber die wollen ihm trotzdem zeigen, wer, äh, hier die Frauen im Haus sind. Mhm. Und ich muss ja sagen, also diese Priesterin mit dem Feuer, das, das, das hatte schon was. Also ja, es ist cooler, es ist ein cooler Effekt und wie gesagt, die drei sind creepy und haben sehr viel Ausstrahlung und eben, sowas hast du noch nicht gesehen in Mittelerde. Das ist halt mal was vollkommen Neues und das finde ich eben so schön daran. Ja, das, das fühlt sich neu an, aber trotzdem schafft die es dann, also ob es jetzt Marigold ist, äh, oder ne, Quatsch, genau, die, die drei stehen dann da, also hier Marigold, Poppy und, äh, Sadok und sind wirklich so in die Ecke gedrängt und es ist ja, züngelt ja auch überall Feuer und mehr. Das, das fand ich echt einen traurigen, äh, eine traurige Nuance, wo Marigold dann irgendwie zu den beiden anderen sagt, schließt die Augen, es schmerzt nur ganz kurz. Mhm. Also das, da dachte ich mir, also sowas sagen ja zum Beispiel nur Leute, wenn sie sich gegenseitig erschießen oder, oder wenn, wenn jemand irgendwie seine, seine Geliebte erschießt oder sowas, ne? Ja, genau, also halt, sie haben es schon damit abgefunden, aber dann erlischt das Feuer um sie herum so langsam. Genau, erst in den Händen, erst in den Händen von der, von der, äh, Tussi und dann, äh, um sie herum. Also so ähnlich eigentlich schon, wie man es gesehen hat, äh, am, äh, Anfang der Serie, ne, mit diesem, mit diesem Krater. Ja, genau, ja, ja. Und er tritt auf sie zu und sagt dann, äh, was war dann im Prinzip von, from shadow you came to shadow I bid you return. Sehr, sehr dramatisch. Geh zurück zu den Schatten. Ja, haha. Wenn ich hier die ganze Zeit zitiere. Und dann auf jeden Fall erkennen die, oh, er ist nicht Sauron, er ist der andere, der ist Tar. Aber bevor sie überhaupt sagen kann, wer es ist, schafft er ein Licht mit seinem Stab und enthüllt dann etwas Seltsames. Dann plötzlich sehen die drei, sind die drei so weiß und sehen aus wie, 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 wie Zombies. Oder im Prinzip sind sie am nächsten halt wie die Ringgeister, aber wirklich, wirklich gruselig. Die mittlere hat so eine Krone und dann die andere, ah, das ist echt, also es sieht, es sieht sehr, sehr gruselig aus, äh, wie die drei, wie die drei sind. So hell leuchtender Gestalten. Ich, ich muss zugeben, da fand ich das CGI leider echt nicht gut an der Stelle. Das wirkte so ein bisschen, also es sah jetzt nicht total schlecht aus, aber irgendwie, das, 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 das habe ich irgendwie nicht so, so richtig gekauft, dass die diese Gestalt haben. Aber ich glaube, es war eher so, nicht so direkt von wegen von dieser Welt und so. Also ich glaube, das wollte so etwas stylized, ätherisches haben. So habe ich das jedenfalls interpretiert. Ja, es, es hat mich, es hat mich, äh, weil ich ja gerade schon die Ringgeister reingeworfen hatte, es hat mich weniger, äh, ja gut, die sind auch nicht so gut gealtert jetzt hier in, 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 in der, in der ersten Jackson Trilogie, aber es hat mich vor allem dann auch, wie sie jetzt hier, äh, zerfallen, hat mich, äh, sehr erinnert an die Nazgul in, äh, Dol Guldur im dritten Hobbit tatsächlich, wo hier Gandalf, äh, Saruman Elrond und Galadri gegen die antreten da, ne, so Mortal Kombat mäßig eigentlich schon. Ah, aber nicht ganz, weil die verwandeln sich ja in Schmetterlinge oder in Motten. Ja, die verwandeln sich in riesige Motten und zerfallen dann. Und der, der Stab löst sich auch auf. Genau, es, es, es ist ja auch ein sehr, sehr helles Licht, was, äh, der Fremde hier auch nochmal ausstößt mit dem Stab und dann irgendwie sagt, ja, ich bin gut, I am, und, ähm, da habe ich einen sehr lustigen Post auf Twitter gesehen, da hat jemand ernsthaft verstanden, nicht, nicht I'm good, sondern I'm Groot. Okay, das ist, naja, ähm, ja, äh, also das, das ist auch wirklich schon, das, das, das leuchtet ja wirklich, äh, fast so hell wie, wie das Mithril oder, oder, äh, auch die, die Bäume, ne, also das ist ja wirklich ein helles, gleißendes Licht. Oh ja, und musikalisch wird sehr viel damit gespielt, weil sie spielen andauernd so, so das Sauron-Motiv an sich, aber dann letztendlich überwiegt das das Stranger selbst, also das, was wir als das, als sein Thema kennen. Ja, das fand ich, fand ich gar nicht schlecht, äh, generell diese, diese, äh, Kultistin, ich hoffe, die tauchen immer nochmal auf, da haben sie ja auch irgendwie so ein, so ein Flüsterchorgesang, ne, das erinnert. Oh, diese Musik ist so gruselig. Ja, die, die erinnert sehr an das, was Ramin Djawadi für die Sons of the Harpy geschrieben hat in Game of Thrones. Und auch für Dracula Untold hat er etwas ganz ähnliches geschrieben. Ah, okay, ja, es hat schon was. Da hat er auch so, da hat er auch so flüsternde, so, so ätherische, ja, es ist, kommt, kommt immer gut. Ja, total, auf jeden Fall schaffen, umarmen sich alle und, äh, wir sehen aber, äh, Sadoc sitzt da jetzt inzwischen und sagt, ich bin, ich bin, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig, ich kann weg, ja. Ich kann, ich werde jetzt, ich werde jetzt auch mal den Pfad verlassen und jetzt einfach ein bisschen sitzen bleiben und den Sonnenuntergang anschauen, den Sonnenaufgang. Weil er dann irgendwie meint, ja, also die Gemahlin wartet schon im Jenseits, ne, und, äh, Merigold will ihn nämlich erst zurücktragen, aber dann setzen sie sich dort alle auf den Stein und warten dann auf den Sonnenuntergang, der, äh, auch, die, ach ja, Aufgang, der auch dann direkt kommt. Ja, gut, dass sie keine Trolle sind und, äh, die sitzen dann da und Sadoc schließt so langsam die Augen. Es ist, es ist ein schöner Sonnenaufgang, das muss man sagen, es hatte auch sehr was. Ja, er taucht da über den Felsen auf und der Fremde tritt zu ihm. Ähm, vor allem, weil du, weil du ja erwähnt hattest, vielleicht ist das sogar wirklich bewusst, weil du meintest ja, das hier ähnelt der Gegend, wo die, also das mit den Trollen war und die Szene, die wird ja auch in einem Sonnenaufgang aufgelöst, ne? Ja, genau, aber halt, wie gesagt, es kann ja nicht dieselbe Gegend sein, ähm. Nee, aber das schien mir fast ein Zitat zu sein auch wiederum. Man darf nicht vergessen, wer, wer lässt das Licht rein in dieser Szene im ersten Hauntlet? Oh mein Gott, ey, diese ganzen, wirklich, das, das, die hauen dir so in die Keule, in die Fresse in dieser Folge. So jedenfalls, ähm, verabschiedet sich Sadoc aus der Serie, weil Sir Lenny Henry ja anscheinend, aber ich mochte ihn sehr gern, ich mag ihn allgemein gern sowieso. Ja, ich mochte ihn auch, muss ich sagen. Von ihm werden wir jetzt nichts mehr sehen, leider, aber du hattest, du hattest einen guten, du hattest einen guten Run. Ja, also der ist zumindest eine der Figuren, zumindest so ein bisschen, also die, die ich tatsächlich wirklich als Figur wahrnehme. Der hatte auch ein paar Ecken und Kanten, ja gut, er war halt auch erfüllt von dieser zweifelhaften, äh, äh, Survival of the Fittest-Nummer, aber trotzdem, den mochte ich tatsächlich. Der, der hatte auch ein bisschen, der hatte Humor, der hatte Persönlichkeit. Mhm, und dann, ähm, leiten wir über von dem Sonnenaufgang, äh, zu demselben Sonnenaufgang. Allerdings woanders. Das, das war eine schöne Überleitung. Ja, und zwar über dem Meer. Vor allem, es ist nicht nur einfach ein Sonnenaufgang, es sind ja auch diese Sonnensegel, ne? Ja, genau, also doppelt. Das ist schon eine starke Motivik an der Stelle. Und wir sehen dort, ähm, den, ähm, wie ist der Valandil? Valandil, der einzige, der übrig geblieben ist. Ja, genau, der im Prinzip halt, der, also ein Freund ist definitiv tot, der jetzt dort an Deck steht. Und, ähm, wir sehen unten, ähm, äh, Elendil unter Deck. Und er sieht, wie sich versucht, die, die Königin versucht, sich blind, äh, zurechtzufinden. Ja, in diesem Sinne, ihre Schritte zählt oder sowas, ne? Genau, genau, sie versucht ja im Prinzip bestimmte Entfernungen, äh, klarzustellen. Und er halt, äh, versucht so ein bisschen mitfühlen zu sein und so. Und man sieht da aber diesen, diese Bitternis und den, den, den Abstand in seinen Augen. Wo im Prinzip, wo sie, wo sie sagt, wenn wir zurückkehren, dann würde ich es verstehen, wenn du deinen Posten verlassen willst. Ja, er kommt dann darauf zu sprechen, auf ein Gespräch, was sie in der, äh, in der vierten Folge, glaube ich, hatten. Wo sie dann ja irgendwie wissen wollte, was sein Name bedeutet. Genau. Und er meinte dann so, ja, ihr habt mich mal gefragt, ich, ich, ich hatte ja irgendwie die Wahl, äh, Galadriel zu retten oder nicht. Und, und er meinte dann irgendwie, äh, äh, ich weiß nicht, er hat ja gemeint, es hat sich richtig angefühlt oder sowas. Und, äh, also er war ja schon, in der siebten Folge war ja schon überlegen, ich hätte die Elbe eigentlich verrecken lassen sollen, ne? Mhm. Aber er meinte dann, er hat es getan aus dem Grund, weil sein Name nicht nur bedeutet, einer, der die Sterne liebt, ne? Also übersetzt. Und, äh, genau das hatte ihn ja Miriel gefragt, als sie ihn in, äh, seine, ihre Dienste genommen hatte. Und, äh, Miriel, äh, kommt dann zu sprechen auf eine Weisheit ihres Vaters, meint dann nämlich, der Weg der Getreuen verpflichtet zum Tribut. Und deshalb meint sie, wir sollten darauf vertrauen, dass es den Preis wert ist, den wir zahlen. Ich meine, sie ist blind und er hat mutmaßlich seinen Sohn verloren. Und er sieht doch aus wie ein wirklich gebrochener Mann. Also. Ja, das schon. Für, äh, Lloyd Owen ist so gut auch, äh, in, in dieser Rolle. Und er hat da. Ja, ich fand, ich fand die Rolle an sich so ein bisschen. Und der war mir zuletzt zu sehr im Hintergrund. Beziehungsweise wird mir zu sehr ein bisschen auf diese Daddy-Issues irgendwie reduziert. Aber der Schauspieler macht einen guten Job. Und wie, wie gesagt, die Figur ist eigentlich nicht uninteressant. Aber, ja, sie machen nicht so wirklich viel aus ihm. Also, der, der Schauspieler ... Aber denk dran, es ist erst Staffel 1. Ja, natürlich. Aber, äh, man muss in Staffel 1 jetzt manche Figuren auch nicht so präsentieren, dass sie fast schon ein bisschen egal sind. Und sie lehnt sich so ein bisschen an ihn. Und das ist so eine halbe Umarmung so, so halb zärtlich in irgendeiner Form. Ja, wobei man jetzt überlegen muss, sie kann ihn ja nicht sehen. Ne, sie ist fast so ein bisschen ... Und sie läuft so ein bisschen an ihm vorbei, aber so fast in seine Arme und streift ihn so ein bisschen. Ja, genau. Das ist, das ist ... Ja, ich weiß nicht. Ist sie eine gewisse Annäherung eventuell? Was meinst du? Eine gewisse Annäherung, weil ich mir nämlich auch vorstellen könnte, weil irgendwann ist Elendil ja König, ne? Und das ist er im Moment noch nicht. Und ich könnte mir halt eventuell vorstellen, dass er vielleicht ihr Gemahl wird irgendwie und dann dadurch König wird. Das ist gut möglich. Und dass sie das so ein bisschen, das bisschen vorbereiten hier. Durchaus, weil sie hatten ja, sie haben ja so einen gewissen Draht zueinander, dadurch, wie sie halt so zusammengearbeitet haben und so. Dadurch, dass sie sich jetzt hier so einen gewissen Verlust teilen. Ja, also ich könnte mir vorstellen, also ich wäre nicht überrascht, wenn es dazu kommt. Ja, ich fände es auch ... Ja, gut, ich meine, was jetzt so die Lore angeht, da führt Miriels Weg woanders hin. Vor allem, was so Ehe angeht. Aber das spoiler ich jetzt hier nicht. Oh, okay. Das wusste ich ja nicht, weil bisher wurde ja doch nichts im Sinne von Partner oder Partnerin, wurde da ja noch gar nichts offenbart über sie. Sagen wir mal so, Inzest und Inzucht sind nicht nur in Westeros an der Tagesordnung. Und mehr sage ich dazu jetzt nicht. Oh, fuck. Auf jeden Fall kommt dann ein Ausruf, dass Numenor in Sicht ist. Genau, jetzt sind wir schon im Chor hier. Und er führt dann irgendwie Miriel auf Deck und sie sieht da natürlich nichts. Und er steht dann so an der Reling und sie merkt dann, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Sie spürt das halt, dass er auch plötzlich so verstummt. Und wir sehen dann auch, was da ist. Und ich muss sagen, ich hatte hier wirklich erst gedacht, dass Pharrason in ihrer Abwesenheit wirklich einen Putsch vollzogen hat. Und jetzt die ganze Insel, also, dass da förmlich so dran steht, Vets Pharrasons Huttenau oder so ähnlich. Ah, okay. Naja, ich wusste halt, er guckt so und da dachte ich, schwarze Tücher, da hängen schwarze Tücher, irgendetwas in der Art. Und ja, da hängen überall schwarze Banner mit dem Sonnensymbol als Symbol. Der König ist tot, lang lebe der König. Die Königin in dem Fall. Die, ja, ja gut, ich mein, sie ist ja nur Königin, ja gut, sie ist Königin. Ja, aber sie soll halt dann seine Nachfolgerin sein, offiziell. Ja, stimmt, unabhängiger vom Geschlecht ist das ja in Numenor. Genau. In der Hinsicht sind die ja sogar fortschrittlich. Dann sehen wir den, den toten König, äh, dort aufgebahrt und Pharrason steht über ihm. Locken, läuten. Und hat so einen seltsamen Ausdruck im Gesicht. Ja, der wirkt sehr entschlossen. Ja, da baut sich auf jeden Fall was für Season 2 auf. Was wir dann aber, glaube ich, nicht mehr zu Gesicht kriegen. Ja, das ist das letzte Mal, dass wir Numenor sehen in dieser Folge. Ich dachte dann jetzt auch, das, was kommt, äh, also der Ortswechsel. Da war ich wirklich erst mal überlegen, ob das ein Ortswechsel ist. Weil, äh, die Gebäude hätten auch in Numenor sein können. Also, da ist vor allem auch so ein, so eine Kuppel bei einem Gebäude. Da dachte ich mir so, äh, was ist das jetzt? Aber nein, es ist nicht Numenor. Ja, das Problem hatte ich in einer Szene vorher. Da geht sie von der Region auf Numenor. Und da dachte ich, Moment, sind wir noch in der Region? Ach nee, das ist jetzt Numenor. Ja, das ist schon irgendwie, weil, ich meine, die Baukunst muss sich da ja schon unterscheiden. Ich meine, das eine sind Elben, das andere sind Numenora, ne? Aber die haben ja mit, mit Elben entsprechend zusammengearbeitet dort bei Numenor. Also, die hatten da ja gewisse Hilfe. Das schon, aber, aber trotzdem, also, es muss schon irgendwie klar sein, wo wir sind. Das war so ein bisschen irritierend hier. Äh, auf jeden Fall merken wir sehr schnell, dass wir wirklich in der Region sind, denn dort ist ein Elbenturm und da explodiert plötzlich irgendwas. Mhm. Äh, und es ist nicht nur ein Knallfrosch oder sonst was, äh, und, äh, Galadriel eilt dann herbei und da ist dann irgendwie auch Staub und die Leute da in der Schmiede sind auch ein bisschen, ein bisschen erledigt und ernervt. Celebrimbor meint dann so, ja, das, das Mithril ist stolz, es verweigert förmlich Verbindung mit niederen Erzen. Also, alles, was unter der Würde von Mithril ist, kommt Mithril nicht ins Haus. Also, Elrond meint dann ja durch diesen Versuch jetzt irgendwie die sichtbare und die unsichtbare Welt, äh, zu vereinen, verlaufen sich da die Grenzen. Das ist, ach, das ist so ein bisschen so ein merkwürdiger, äh, äh, Kommentar irgendwie, äh, und, äh, ja. Ist ein visueller Hinweis. Natürlich ist ein visueller Hinweis, aber es ist trotzdem ein bisschen. Nee, nee, ich meine, ich meine, da kommt, da ist etwas, nämlich, wir sehen dort, dass, äh, mit einem Gesteinsbrocken oder wie auch immer, ist dort eine Zange verschmolzen. Und das erinnert sehr, weil nämlich Galateria schaut das auch an und ich hab sofort gedacht, das erinnert an die Orks, die sie in der ersten Episode gesehen hat. Mhm. Das, da hab ich sofort diesen Link her, äh, hingestellt und das ist, ich find's sehr schön, dass die hier jetzt noch keinen blöden Flashback dann dazu gemacht haben. Äh, man hat's im Prolog gesehen, in der Zusammenfassung von, von jetzt, äh, von den letzten Folgen, glaub ich, zeigen sie das kurz. Weil da sieht man ja, wie da zum Beispiel einen auch da so mit dieser Wand, äh, verwachsen ist. Ah, das. Und daran hat mich die Zange erinnert. Okay. Und da dachte ich mir, ah, Moment, und hier stellst du jetzt so einen weiteren Link her, wo sie halt denkt, Moment, das hab ich schon mal gesehen. Aber die Serie verlässt sich darauf, dass man das so selber checkt. Also, das find ich halt sehr schön, dass die jetzt nicht nur noch mal zurückblenden. Ja, gut, das wär dann aber auch wirklich, obwohl ich, ich weiß nicht, ob sie das, hat sie, hat sie das da bewusst erkannt, oder ich? Sie sieht da, sie, sie guckt das an, auf jeden Fall. Sie, sie schaut da auf die Zange so ein bisschen länger. Okay, ja, gut. Äh, und nicht, nicht unbedingt im super Close-Up, aber ich hab's auf jeden Fall, wir kriegen von der Zange ein Close-Up und dann schwenkt die Kamera so. Ja, aber ob sie da jetzt die Verbindung zu den Orks zieht, glaub ich aber nicht. Ja, aber auf jeden Fall hab ich, äh, hab ich die Verbindung gesehen und eben dadurch, so wie sie das anguckt, dachte ich mir, ja, sie sieht's auch. Das erinnert uns beide an etwas. Man sieht sich alle Tage, dass sowas miteinander verschmilzt, ne, das ist halt auch schon ein ungewöhnlicher Anblick generell. Schon, sie könnt auch einfach nur auf die Schmiede schauen, aber ich hab's so interpretiert. Auf jeden Fall meint dann irgendwie Kelle Brimboa, dass sie, dass sie, äh, also er wird halt nicht schlau daraus, er meint halt, sie haben jetzt genug Druck ausgeübt, um förmlich Himmel und Hölle zu verschmelzen. Und, äh, dann, dann meint Galadriel irgendwie, ja, jetzt lass mal gut sein, vielleicht, äh, habt ihr dem Ganzen zu viel abverlangt und, äh, Elrond meint dann auch, ja, gib dem Ganzen Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Und Kelle Brimboa dann so, ja, wir haben keine Zeit und Galadriel dann so, ja, vielleicht, vielleicht verlangt ihr euch zu viel ab. Und dann kommt auf einmal so Halbrand dazu, der dann meint, ja, vielleicht haben wir zu viel Kraft aufgewandt, also zu viel mit der Brechstange hantiert. Und Kelle Brimboa kommt dann so auf die Idee, ja, vielleicht sollte man die beiden Elemente nicht zwingen, sich zu verbinden, sondern sie zueinander hinführen. Und das ist dann halt die, die, der zündende Einfall, dass sie halt noch mal von vorne anfangen. Und währenddessen bekommt Galadriel dann tatsächlich die Schriftrolle ausgehändigt, nach der sie gefragt hatte. Oder nee, sie geht nicht nach draußen, sondern es gibt einen Schnitt und sie steht dann draußen, äh, liest dann diese Schriftrolle. Oder hat sie grad gelesen und, äh, weil ihre Körperhaltung, ihr Gesichtsausdruck haben wir ja gesagt, oh, das sind keine guten Nachrichten. Ja, sie ist fassungslos eigentlich. Und niedergeschlagen und enttäuscht. Also das, ja, so alles, alles drei zusammen. Und, äh, hinter ihr her kommt dann aber Halbrand, der dann meint, ja, wir haben es so langsam gecheckt. Und es ist zu viel Macht für einen Gegenstand. Und jetzt sollen es plötzlich zwei werden, aber, äh, nicht zwei Kronen, sondern etwas Kleineres. Und es tut mir leid, aber bei wem hier noch nicht der Groschen gefallen ist, dem kann ich nicht mehr helfen. Ja, klar. Also, das ist schon, das ist schon sehr on the nose. Und, äh, sie sagt dann zu ihm, warum sagst du mir nicht, wer du jetzt wirklich bist? Es gibt keinen König mehr, die Linie war schon vor, ist schon vor tausend Jahren durchbrochen. Ja, sie, sie schmeißt ihm irgendwie die Rolle da vor die Füße und meint, dass, äh, ja, genau, dass es nie wirklich einen König der Südlande gab. Und Halbrand tritt dann so auf sie zu und meint dann, naja, ich hab's euch ja damals schon gesagt, ich hab das Wappen einem Toten abgenommen. Mhm. Und du schaust so mit diesem spöttischen, gefährlichen Lächeln. Ja, man merkt, da schlägt auch was um in seinem, in seinem Wesen plötzlich, ne? Ja, absolut. Und wie er so auf sie zutritt, da fällt nochmal auf, wie unfassbar riesig er ist im Vergleich zu ihr. Ja, die ist aber auch sehr klein, ne? Sie wirkt ein bisschen, sie wirkt, aber allgemein halt in anderen Szenen wirkt sie nicht irgendwie zierlich oder was auch immer. Aber sie wirkt halt unfassbar klein im Vergleich zu ihm, er ist einfach so hochgewachsen. Also er ist wirklich über einen Kopf größer als sie. Ja, aber sie sieht auch neben, neben anderen Elben wirkt sie aber auch manchmal, also auch in der Szene vorhin, Morfett Clark ist schon sehr klein. Ja, glaub ich, das Gefühl. Und das passt dann eigentlich insofern überhaupt nicht zu Galadriel, weil die soll extrem hochgewachsen gewesen sein. Aber das spielt ja dann hier so gesehen eigentlich dann auch keine Rolle. Auf jeden Fall lässt er dann nochmal so ein bisschen Revue passieren. Also erstmal heißt es, er hat sie auf dem Floß gerettet und dann sie ihn. Das war ja immer so ein gewisses Wechselspiel, was ich schon von Anfang an zwischen den beiden interessant fand. Auch dann im Hinblick darauf, also von wegen, er hat miriell überzeugt. Nein, sie hat sie überzeugt. Also es ist wirklich so ein, ja, wieder so ein, sich gegenseitig Bälle zuwerfen, was das angeht. Und er meint dann aber, nee, 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 ihr wart das, die, die, die Königin Regentin überzeugt hat, nach Mittelerde Segel zu setzen. Denn er wollte in Numenor bleiben. Und dann haben sie aber doch gemeinsam Seite an Seite gekämpft gegen einen gemeinsamen Feind. Also er ist da mitgekommen, weil sie gegen seine Feinde gekämpft hat und sie eben, er, er gegen ihre. Und sie hat jetzt aber so langsam genug von diesem argumentativen Pingpong und will er nicht seinen echten Namen wissen. Und er sagt, ich war, ich war hier, seit das erste Flüster durchbrochen war und ich hatte viele Namen über die Zeit. Genau. Und das ist dann auch wieder ein Link dazu, dass er, als sie ihn auf dem Floß nach dem Namen gefragt hat, hat er gemeint, ja, kommt drauf an, wen ihr fragt. Mhm. Also da hat es auch schon die ganze Zeit hingedeutet. Vor allem, der hat eigentlich die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Man hat ja, man hat ja damals gedacht, ja, er hat das Wappen einem Toten abgenommen. Da wäre jetzt auch so die Frage, ist der Tote eventuell doch wirklich der echte Halbrand gewesen, den dann, äh, äh, derjenige, welcher der sich jetzt hier endgültig zu erkennen gibt, befallen hat? Vielleicht. Oder aber hat er wirklich die Gestalt von Halbrand angenommen? Ja, ich mein, gut, er ist ein Gestaltwandler. Und ja, Gestaltwandler, ich sage schon, jetzt kommt nämlich der große Reveal dieser Folge. Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, oder Hörerinnen und Hörer dürfen uns gerne mal in die Kommentare unten schreiben, für wen das jetzt die große Überraschung gewesen ist. Er hatte nämlich seitdem viele Namen und, äh, bevor er da noch weiter was sagen kann, will sie ihn eigentlich mit dem Dolch abstechen und er hält sie auf. Das wirkt da auch so ein bisschen da, da dachte ich mir echt so, weil in, in Westworld gibt es das gerne mal so, dass sie irgendwie sagen, freeze all mode functions, also sämtliche motorische Funktionen einstellen. Und dann frieren die halt förmlich ein. Ja. Also die, die Hosts in Westworld. Aber hier ist es nicht so, er hält sie auf jeden Fall auf und, äh, stürzt sie dann irgendwie auf den Boden und Galadriel, ja, stürzt dann nicht einfach auf den Boden, sondern, äh, auf eine grüne Wiese, die exakt so aussieht wie die aus der allerersten Folge. Also wo sie, äh, halt in, äh, ihrer Kindheit oder während ihrer Kindheit in Valinor gezeigt wurde. Das, das war für mich auch, äh, insofern im Hinblick auf Galadriel interessant, weil wenn du dich erinnerst in die Rückkehr des Königs oder auch in, äh, schon vorher gibt es immer mal wieder so Traumsequenzen mit Galadriel. Mhm. Äh, vor allem hier mit, mit, äh, wo sie Frodo dann wieder aufhilft, da in Kankras Höhle, ne? Ja, daran hat mich das erinnert. Nur halt eben jetzt mit ihr statt von ihr. Ja, und sie hat auch eben auch so ein Gewand an und sie wirkt kindlicher. Ich schätze mal auch die Art und Weise, wie ihr Haar ist, aber sie wirkt jünger. Ja. Es ist halt immer noch Morph et Cluck, aber es ist, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, vielleicht irgendwas mit visuellen Effekten oder Make-up, aber sie wirkt kindlich jünger im Gesicht. Ja, vielleicht liegt's auch an dem, an dem Outfit. Ja, genau, also es ist so eine Kombination von allem. Und das ist echt gut gemacht. Ja, ja. Und, äh, sie hört eine Stimme aus dem Ohr, wo ich gleich erkannt hab, das ist, das ist ihr Bruder. Und der dann irgendwie so von wegen, ah, Schwester, bist du schon wieder hingefallen, ich helfe dir auf. Und, äh, Galadriel peilt dann aber, äh, natürlich so, also auch schon, als sie ihren Bruder sieht, der immer noch aussieht wie David Bowie, irgendwas stimmt nicht. Und sie merkt dann so, ach, raus aus meinem Kopf, raus aus meinen Gedanken. Das hatte so ein bisschen was von Harry Potter und, äh, ja, wo Voldemort in seinen Geist eindringt. Ja, ja, genau. Und, oder wo, wo, wo Harry im Prinzip, äh, Spoiler im Himmel ist im letzten, im letzten Teil. Ich weiß nicht genau, aber das hatte auch, genau, das hatte halt die Vibes davon. Auf jeden Fall, äh, sitzt sie dann mit ihm unter einem Baum, also wie in der allerersten Folge. Ja, du hast schon recht, sie wirkte hier wirklich wie ein kleines Mädchen. Sie haben das aber auch inszenatorisch so gemacht. Ich, ich glaube, also Morfett Clark ist ja generell nicht sonderlich groß. Und sie haben, glaube ich, sie, sie haben sie noch so weiter von oben gefilmt, sodass sie wirklich in Relation zu ihrem Bruder kindlich wirkt. Ja, das ist, genau, also das ist halt, ja, das ist halt wirklich, Moment, hier gibt's noch dieser White Shot, wo, äh, wo sie nebeneinander sitzen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er vielleicht erhöhter sitzt von ihr, oder wie. Kann auch sein. Das haben sie mit Tricks gemacht. Aber sie wirkt, ja, sie wirkt auf jeden Fall sehr viel kleiner als er. Und dann sagt er so etwas zu ihr, weißt du noch, als ich ihr sagte, halt, äh, touch the darkness once more. Und das ist ja nicht das, was er zu ihr gesagt hat. Richtig, genau. Genau. Sondern was, äh, ich, ich weiß nicht, was hat er in der ersten Folge zu ihr gesagt? Ah ja, genau, und da hat sie ihnen gesagt, genau, manchmal the light shines just as brightly reflecting the water as we're doing the sky. Mhm. Und dann, how am I to know which light to follow? Und dann lehnt er sich zu ihr und sagt, ähm, sometimes we cannot know until we have touched the darkness. Aha. Also von wegen, wir, wir kennen die Dunkelheit nicht eher, bis wir sie berührt haben. Genau. Und im Prinzip hat sie das ja jetzt getan inzwischen. Ja. Also, es ist, seine Worte machen im Kontext Sinn, aber das ist eben nicht das, was er zu ihr gesagt hat. Also ich meine, er, er zollt ihr ja auch, äh, irgendwo Anerkennung, ne? Also er meint ja von wegen, ja, äh, du, du hast das zu Ende geführt, was, äh, was ich nicht konnte. Und sie meinte dann so, ja, du hast Sauron gejagt. Und er meinte so, ja, nee, ich hab den Frieden gesichert. Und bis ich dann irgendwann erfuhr, dass, äh, es auch Saurons Auftrag war, den Frieden zu sichern. Denn Sauron suchte gar nicht nach Macht, Mittelerde zu zerstören, sondern Mittelerde zu heilen. Äh, was tatsächlich, ja, das hatte ich ja schon, glaub ich, in der, in der sechsten Besprechung aufgeworfen, was ja wirklich den Tatsachen entspricht. Also Sauron, und es wird ja dann hier auch nochmal aufgegriffen, dass Sauron wirklich, äh, nach dem Sturz Morgoths ursprünglich vorhatte, die Valar wirklich um Vergebung zu ersuchen und dafür dann alles, äh, wieder gut zu machen. Also, äh, generell zieht sich ja auch durch diese Folge oder generell eigentlich die ganze Staffel dieses Motiv, das, also, überleg mal, was sind die ersten Worte dieser ganzen Serie? Nichts ist von Grund auf böse. Mhm. Na? Sagt Galadriel aus dem Off, äh, in der allerersten Szene, äh, auf Schwarzbild. Und das kann natürlich auch auf Sauron zutreffen, ne? Der wurde ja auch korrumpiert, der ist ja eigentlich ein Maya, ne? Unter der Anleitung von, von Aule. Und, ähm, das werfen sie hier ja irgendwo auf. Also, er, er sagte irgendwie, ja, äh, waren jetzt deine, deine Elbenfreunde gar nicht mal so, sondern lass den Ding einfach ihren Lauf, ne? Und, äh, dann merkt sie aber, dass er ihr halt das Falsche zuflüstert, was sie eben nicht gehört hat. Und er grinst auch echt creepy in der Szene, ne? Und dann sagt sie halt, mein Bruder ist tot wegen dir. Und der, warum würdest du das sagen? Und dann schreit er sie an, als sie weggehen will, als sie weggehen möchte. Genau. Sieh mich an und dann plötzlich ist sie auf dem Floß. Ja, und dreht halbrand den Rücken zu, der hinter ihr sitzt. Äh, das fand ich eine schöne Überleitung. Ja, das ist sehr gut gemacht. Dieser Match-Cut im Prinzip. Genau, sie, sie sind auf dem Floß und er spricht zu ihr und das ist auch, glaube ich, genau, ja, es ist ein ähnlicher Wortlaut wie in dieser zweiten Folge. Da merkt man, man merkt auch wirklich jetzt, warum man Jennifer Hutchinson herangezogen hat für dieses Skript. Weil da schließt sich ja irgendwo auch der Bogen und natürlich auch der von J.D. Payne und Patrick McKay aus der ersten Folge. Der Kreis schließt sich wie ein Ring. Genau, hör auf. Wir müssen auch mit Ringen und Bindung und egal, äh, lauter schlechten Witzen damit. Auf jeden Fall sagt sie, du weißt, wer ich bin, ich bin dein Freund. Und sie, nein, du bist, aber du bist dein Freund Morgoths. Ja, und er erzählt dann, ja, als Morgoth, äh, viel war das, als, als würde ich aus einem Würgegriff befreit. Und ich spürte wieder das Licht des einen, des einen, da ist dann wahrscheinlich Eru, Iluvatar mit gemeint, ne, also der, der Allvater, der über allem schwebt und eigentlich nie irgendwas wirklich macht. Der greift nur ein, zwei Mal in die Geschicke von Mittelerde wirklich ein, aber das werde ich jetzt nicht verraten. Und, äh, also es ist dann, ist dann genau jetzt wirklich das Motiv, was ich gerade meinte, ne, also, äh, man würde ihm vergeben und er würde dann alles heilen, was er half zu zerstören. Und sie meint dann aber zu ihm, ja, also das Unrecht, was du angerichtet hast, das kann man nicht tilgen. Äh, er meint dann, ja, also letztens nach der Schlacht hat sich das aber noch anders angehört, von wegen, ich, 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 ich hätte, ich, ich hätte eine Chance erlöst zu werden. Und meine Vergangenheit hätte ja keine Bedeutung. Genau, ich hab ihr gesagt, dass ich Böses getan hab. Genau, und das zählte sie dann nicht für sie. Weil, äh, gemessen an seiner Zukunft würde seine Vergangenheit nicht zur Sache tun. Und sie meint dann aber zu ihm, er hat keine Zukunft. Und dann, äh, ja, merkt man, dass das hier wirklich auch halt alles eine Vision ist. Denn plötzlich steht das Wasser still. Mhm. Äh, ich dachte, er fängt gleich an, über das Wasser zu latschen. Mhm. Aber ich wusste, er macht das Wasser glatt wegen einem Spiegeleffekt. Ja, was auch wirklich sehr toll war. Sie blickt nämlich dann erst aufs Wasser. Und es ist natürlich auch wieder so ein bisschen Galadriel-Spiegel-Motiv, ne? Diese Kamerafahrt ist jedenfalls sehr toll. Ja, Kamera dreht sich mit. Genau. Und sie hat sich dort gespiegelt. Sie beide aber nicht ganz. Denn sie, ähm, hat so ein, ähm, fließendes Gewand an. Und er wirkt ein bisschen dunkler mit so einem kronenähnlichen Gebilde. Und die Sonne steht direkt hinter seinem Kopf. Ja, was dann, was mit dem kronenähnlichen Gebilde, was dann auch wieder, also das ist nur kurz zu sehen. Ja. Aber da ist dann halt endgültig die, äh, die, äh, Breitseite. Halbrand ist tatsächlich Sauron. Und ich habe es, äh, prophezeit in der letzten Folge, wenn du dich erinnern kannst. Wir haben's ja zwischendurch beide, das müssen wir jetzt, äh, rein der Ehrlichkeit halber sagen. Wir haben's ja beide, äh, erst als ziemlich abwegig verworfen. Mhm. Aber ich muss sagen, so gewisse Nuancen, also, komm, es hat schon wirklich verdammt viel hingedeutet. Wirklich. Vor allem jetzt im Rückblick, weil sie ja, sie schaffen es, das alles sehr schlüssig zu machen. Und, dass es nicht irgendwie so aus dem Blauen herauskommt, sondern es wurde alles gut vorbereitet. Weil ich wollte's halt nur nicht so direkt wahrhaben in dem Sinne. Aber ich denk mir, ja, es ergibt Sinn im Rückblick, durchaus. Ja, so was für mich halt vor allem spätestens, also was mir wirklich sehr aufgestoßen ist bei der Figur, als er Galadriel im Knast manipuliert hat von wegen, ja, findet raus, was deren Angst ist, äh, und lernt sie zu beherrschen, damit ihr wiederum sie beherrschen könnt. Mhm. Ne? So was sagt nicht jemand, der ... Ja. Und auch dann der schnelle Einfluss auf Pharrason und dann so, ach, diese ganzen, diese Brutalität in Númenor. Also vor allem eigentlich alles, was eigentlich in Númenor ... Sein Interesse in die Schmiedekunst und sein offensichtliches Gespür auch dafür. All diese Sachen, ja, 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 durchaus. Also das ist passt. Und eben auch dadurch, dass im Prinzip sein Zorn of Arda, weil im Prinzip, du hast mich quasi fast getötet. Mhm. Und ja, also das, das passt alles gut. Gut, es ist jetzt nur da die Frage, äh, will ich das nochmal, äh, weil wir müssen jetzt doch ein bisschen über den Reveal an sich sprechen. Meinst du wirklich, Sauron hatte von Anfang an einen Masterplan? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, dass das alles so, ich glaube, das konnte er nicht so direkt alles vorausahnen. Ich glaube, das hat ihm einfach alles gut in die Hände gespielt und das hat er dann für sich genutzt. Ich glaube halt, er war dann wirklich in dieser Gestalt, wo dann, jetzt gerade bin ich ein bisschen hilflos und so weiter. Wobei man sich schon fragt, was macht der, äh, auf dem Fluss am Arsch der Welt mit irgendwelchen zusammengewürfelten Flüchtlingen, ne? Ja, vielleicht war das halt das Erstbeste, wo er sich dann irgendwie verkriechen konnte oder was auch immer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, wie der hingekommen ist. Vielleicht erfahren wir das ja noch. Es ist ja, es ist eh die Frage, äh, wollte er wohl da schon nach Numenor? Vielleicht, vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt, ich glaube, dass... Oder wollte er nach Valinor und wirklich die Vala um, um Vergebung bitten? Das könnte auch sein, das könnte beides sein. Ähm, aber er hat ja auf der anderen Seite auch nicht, äh, ich meine, der hat ja schon in der zweiten Folge, der hat ja wirklich nicht mit, mit der Wimper gezuckt, seine Mitpassagiere eiskalt diesem, diesem Ungeheuer zu opfern, ne? Ja, ich bin jedenfalls, äh, sehr überrascht. Ich, 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 ich finde jedenfalls, die haben das sehr vorausschauend gecastet, weil ich finde halt, man hat dem, ähm, Charlie Vickers, ich finde, ich hab den immer halt den, diesen Rogue-Charakter sehr abgenommen, aber jetzt nehm ich ihm auch den fiesen Psycho ab. Mhm. Der macht das sehr, sehr gut, also der Switch funktioniert auch vom Schauspiel her gut. Ja, obwohl ich da gar nicht so den Switch sehe, weil der für mich immer, der hatte für mich immer was Verschlagenes. Ja, genau, aber auf diese eher Rogue-Art und jetzt inzwischen ist halt die Verschlagenheit böser. Mhm, ja, es ist, da ist jetzt eine wirkliche Agenda hinter. Ja. Und er versucht sie dann auch wirklich zu umgarnen, er meint so von wegen, ja, alle, alle, äh, sehen in dir nur Misstrauen und die Elben haben dich ja auch aus Misstrauen irgendwo auch verstoßen, aber nur ich erkenne deine Größe. Und dein Licht. Und die erkennt dann aber, er will sie zur Tyrannin machen und er meint dann, nein, nein, ich mach dich zur Königin. Und hier ist dann auch, äh, du hast das Zitat erkannt, oder? Natürlich. Ja. Schön und entsetzlich wie der Morgen. Stärker, stärker als die Grundfesten der Erde, das ist vor allem der Schlüsselsatz. Das war auch sehr, äh, äh, intensiv. Das sagt ja auch wirklich Cate Blanchett in die Gefährten wortwörtlich aus dem Buch, ne? Das ist ja die Stelle, wo, äh, sie mal irgendwie kurz offenbart, was wäre, wenn sie den Ring genommen hätte, ne? Da gibt's tatsächlich auch ein gutes, äh, Video von Mythen aus Westernis, was einfach mal so dieser Was-wäre-wenn-Theorie auf den Grund geht. Also, äh, Tolkien hat dazu auch tatsächlich was geschrieben, äh, irgendwie in seinen Briefen, äh, also, was passiert wäre, wenn Galadriel in den Ring genommen hätte. Kann man sehr, sehr gerne mal reinsehen. Sie, sie meint dann, ja, und was wird aus ihm? Der dunkle Herrscher. Und er meint dann aber, ja, nee, also nicht mit dir an meiner Seite. Wir wurden aus einem Grund zusammengeführt. Also, ich dachte, der, der macht ja gleich einen Heiratsantrag. Ich mein, einen Ring haben sie ja gleich schon. Im Prinzip macht er das, ja. Eigentlich schon, ja, er versucht sie auf jeden Fall für seine Sache zu gewinnen. Du bindest mich ans Licht und ich an Macht. Und ich dich an Macht. Genau, richtig, so ein, so ein, eigentlich irgendwo fast eine Symbiose, in der er mit ihr leben will. Genau, zusammen können wir Mittelerde retten. Genau, und sie meint dann so, ja, retten oder regieren und, und, und da merkt man spätestens, was er im Sinn hat, denn er meint, ja, ist hier kein Unterschied dazwischen. Ja, sie hält ihm ihren Dolch an die Kehle und sie sagt, ich werde nie an deiner Seite sein. Deshalb. Genau, aus dem Grund, weil du, weil du da zwischen nicht differenzierst, beziehungsweise, es kann ja sogar, vielleicht betrügt er sich irgendwie auch selber, dass er sich vorgaukelt, er hätte hier ihre Ziele, aber wie er versucht, die zu erreichen. Das, das ist es halt immer. Das ist auch so ein Motiv, was sich so durch die Folge zieht, wenn du zum Beispiel auch an die Szene mit Nori denkst, dass man sich dadurch, dass man sich durch seine Entscheidungen und sein Handeln auszeichnet und nicht durch das, was man war oder was man glaubt zu sein, ne? Ja. Was ist das, was sie tun, wenn sie erfahren, nicht nur, dass Sauron lebt, sondern, dass er wegen dir noch am Leben ist? Mhm. Und sie schreien sich gegenseitig an und plötzlich sind seine Augen blutunterlaufen und seine Pupillen sind so schlangenförmig. Ja, und er brüllt auch schon so irgendwie, ne? Genau, es ist sehr, 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 sehr gruselig. Ja, ist ein ähnlicher Effekt wie mit Waldreck, ne? So ein bisschen mit der Stimme. Ja, ja, genau. Und dann, äh, sie, sie scheint zuzustechen, wir sehen es so von Weitem und dann plötzlich sitzt sie wieder unter Wasser, so wie in Folge zwei und wird so runtergezogen. Und diesmal kommt keiner, um sie zu retten? Genau, scheint zu ertrinken, aber plötzlich kommen dann Arme. Ja. Und ziehen sie hoch und man sieht, sie liegt anscheinend dort im, im Bach. Äh, das, äh, ich muss sagen, das mit den Armen oder Händen fand ich ein bisschen komisch, weil, das war halt wirklich unter Wasser. Ja, das, das, das war wirklich so ein, also da, da musste ich wirklich wieder an das Legilimentic-Zeugs bei Harry Potter denken, wo, wo da irgendwie eine Rückblende gezeigt wird auf den, auf den Stein der Weisen und dann latscht Snape in so eine Szene rein mit dem Spiegel Nährhergap oder so. Ah, okay. Ah, ja, ja, stimmt, stimmt. Davon hatte das was. Ja, stimmt, so ein bisschen, ja, auf jeden Fall, sie, sie hebt dann den Dolch und dann sieht man, dass es Elrond ist, weil sie da aus dem Wasser gezogen hat. Aber sie ist noch von Sinnen, ruft Verräter und hat den Dolch im Anschlag, erkennt ihn erst so gar nicht wirklich und traut ihm auch nicht. Mhm. Äh, und, äh, äh, stellt dann so eine, so eine Kontrollfrage von wegen, ja, wo, wo war unsere erste Begegnung, ne? Weil es, es könnte ja sein, dass sie wieder in einer weiteren Version ist, wo Elrond ihr wieder irgendwas vorgaukelt, ne? Ja. Also, äh, so, so langsam Westworld grüßen an der Stelle. Äh, und Elrond erzählt dann, ja, äh, wo, wo haben wir uns kennengelernt? An der Küste. Ich, ich war verwaist, ohne Freunde, Familien, mittelloses, äh, Halbelbenkind und du gabst mir Wasser. Genau. Davon ist dann Galadriel überzeugt. Ich hab jetzt, ich muss sagen, ich hab jetzt nicht nachgesehen in Lore, wie die sich wirklich kennengelernt haben. Was man ja wissen muss, die sind ja sogar über zig Ecken noch verwandt, ne? Mhm. Also, es bleibt ja alles in der Familie. Noch mehr als, also nicht ganz so sehr wie in House of the Dragon, aber auch ein bisschen. Äh, Galadriel ist jedenfalls überzeugt und will dann Celebrimbor warnen und eilt zu ihm, aber der ist schon so, ja, es ist vollbracht und, äh, versteht dann irgendwie gar nicht was. Äh, äh, Elrond hat dich aus dem Glanduin gezogen, also aus dem Fluss. Und Elrond fragt sich dann, ja, wo ist Halbrand, ne? Er ist fort und ich bezweifle, dass er zurückkehren wird. Ja, und wenn er zurückkehrt, dann darf sich keiner von euch mit ihm einlassen. Mhm. Und dann, äh, meint, äh, meint Celebrimbor, ja, sollen wir jetzt hier weitermachen? Und Galadriel sagt, wir müssen nicht zwei fertigen, sondern drei. Und, äh, Celebrimbor versteht das. Einer bringt Verderbnis, zwei bringen Zwietracht, aber drei bringen das Gleichgewicht. Äh, äh, ja, gut, also vielleicht sollte man da nicht so viel drüber nachdenken, weil eigentlich heißt es ja immer, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, ne? Also, ob das dann so ein Gleichgewicht ist, wage ich dann auch mal zu bezweifeln. Aber, und sie sagt auch, diese Macht soll nur für die Elben allein bestimmt sein. Und er sagt, um das zu vollenden, um das richtig zu binden, brauche ich wirklich das Edelste überhaupt. Ich brauche Gold und Silber von Valinor und da wusste ich schon, worauf das hinausläuft. Ja, äh, da ist ja auch tatsächlich, ähm, das habe ich im Amazon X-Ray gesehen, es muss in jeder Folge referiert werden. Wir werden die nicht bezahlt, Hashtag No-Add. Der Dolch, den sie hat, also dieses Gold und Silber, das repräsentiert tatsächlich auch die beiden Bäume. Mhm, genau. Dass das auch so ineinander verflochten ist. Es sieht schon sehr toll aus. Ich, ich muss zugehen, da habe ich ein bisschen auf dem Schlauch gestanden mit dem Dolch. Oh. Weil ich dachte mir so, oh, er schickt sie jetzt so auf eine Queste. So von wegen, ja, ich brauche jetzt Gold aus, äh, Gold und Silber aus Valinor. Und ich dachte mir, ja, du continue den Staffel 2. Nee, ich wusste ganz genau, ich wusste ganz genau, ja, den Dolch müssen sie dafür benutzen. Ja, und, und er sagt dann diesen Satz, den, äh, mit dem ich auch hier nonchalant unsere Besprechung eingeleitet habe, nämlich, wahre Schöpfung erfordert manchmal Opfer. Genere. Jetzt muss ich das aufgeben, was sie noch von ihrem Bruder hat, das Einzige. Genau, das ist dann aber am Ende, ja gut, da kommen wir ja gleich zu, aber da ist dann durchaus eine schöne Symbolik auch irgendwo, wo das eingeschmolzen wird, dass, ja, sie jetzt wirklich abschließt mit ihrem Bruder auch irgendwo, ne? Ja, genau, und, äh. So langsam, nach so ein paar hundert Jahren. Bevor es aber zu dem Abschluss kommt, gehen wir rüber zu den Haarfüßen und den Fremden, wo jetzt der Fremde kann jetzt flüssig reden. Ja, das hat mich auch gewundert. Ja, das hat mich nicht wirklich gewundert, weil ich glaube halt, dass so nach und nach dieser Schleier und jetzt hat er so ein bisschen mehr herausgefunden und so, also ich glaube, da ist irgendetwas aufgebrochen, wo er jetzt plötzlich sich einfach besser verständigen kann. Ja, vielleicht auch durch die Begegnung mit den, mit den, äh, Sektentussis da, ne? Ja, da ist etwas, da ist etwas losgelöst worden und deshalb war das für mich nicht irgendwie unlogisch, aber es war einfach dann nur auffällig, weil er jetzt fließend mit Murri sprechen kann und sie fragt, den kannst du dich noch an mehr erinnern? Und er so, ah, Fragmente, Eindrücke, nicht ganz, wenn ich mehr erfahren will, dann denke ich, muss ich wohl, ähm, nach Ruhnen reisen. Und sie meint dann aber, ja, äh, die haben sich ja auch in dem geirrt, was du bist. Wer du bist, der Name. Genau. Was ist, wenn sie sich nicht nur da geirrt haben oder wenn sie vielleicht sogar gelogen haben? Und er meint dann aber, er meint dann aber, er, er kann es sich nicht erklären. Es ist so eine, so eine unerklärliche Gewissheit, die ihn erfüllt, dass er weiß, dass es wahr ist. Genau, und dann sagt sie, ja, sie haben dich noch etwas anderes genannt, Istar. Und dann fragt sie so, ja, eher so ein bisschen kindlich, ist das, ist das dein Volk? Ja, genau. Ja, gut, ich meine, Istar, äh, als etwas Tolkien-Bewanderter kennt man, äh, den Begriff natürlich, der kam ja auch, glaube ich, im, im, im Hobbit kam er, glaube ich, vor. Mhm. Ähm, wo dann irgendwie, äh, Saruman, Riesen, äh, Vortrag darüber hält, warum gerade das so scheiße ist. Genau. Von wegen, es ziemt sich nicht für einen Istar. Er sagt dann, ja, in eurer Sprache oder in deiner Sprache heißt es Weiser oder, Achtung, Zauberer. Ja, und das fand ich, äh, das fand, das fand ich gut, weil ich dachte, oh Gott, was sagt er jetzt? Ja. Irgendeinen Namen, aber halt den Begriff Zauberer dachte ich, okay, gut, weil nämlich von Wise One zu Wizard ist ein guter Link. Ja, durchaus. Ja, ach, es ist, ich kann's halt immer wieder sagen, es hat mich halt absolut nichts irgendwie ansatzweise überrascht in dieser Folge. Ja, aber das, das eben, das ist ja auch die Theorie, die ich von Anfang an hatte. Nimm mir, nimm mir den Kommentar nicht übel, aber es erinnerte mich hier, also ist natürlich längst nicht so schlimm, aber es hatte auch so ein bisschen was von, von Star Wars Episode 9. Wo man wirklich in der ersten Hälfte das Gefühl hatte, oh, Reddit ist schon geil, ne? Ja, nee, hier kam, hier war das wirklich nicht so der Fall. Nein, nein, ich, ich meinte jetzt nur so vom, vom Effekt her. Ja, aber nicht so direkt vom Effekt. Das hat wirklich alles genau, wie es vorhergesagt wurde, von etlichen Online über Wochen hinweg. Ich fand hier diese, diese Auflösung sehr hübsch. Das Ding ist aber, dass sie noch nicht hundertprozentig jetzt sagen, okay, aber welcher ist es? Aber obwohl dann später noch ein gewisser Hinweis kommt, aber dazu kommen wir dann. Der ja eigentlich alles andere als Subtiles. Also erst ist sie, ist sie traurig, dass er nicht mit ihnen mitgehen möchte. Er meint zu ihr, ja, unsere Wege sind vorgezeichnet von höheren Mächten. Und manchmal müssen wir da hingehen, auch wenn sich unser Herz dem verweigert. Und sie meint dann, ja, es klingt fast wie ein Abenteuer. Oh! Hobbits mögen keine Abenteuer. Naja, jedenfalls ja so gesehen, das hat sich noch nicht so festgesetzt. Aber Abenteuer müssen geteilt werden. Und sie sagt, ich glaube, ich habe schon. Genau, er meint, ja, wenn ich, wenn ich jetzt alleine gehe, dann ist es nur eine Reise. Aber wenn man das teilt, beziehungsweise wenn man zusammen geht, dann ist das, ist das ein Abenteuer. Und sie meint dann, ja, ich habe ja schon so viele Abenteuer erlebt, wie sich eine Haarfußnung wünschen kann. Und da habe ich mir dann schon so die Frage gestellt, was hat sie denn jetzt eigentlich großartig erlebt? Es ist jedenfalls für einen Haarfuß eine ganze Menge. Sie hat einen Mann von den Sternen gefunden und geborgen. Sie wurde von Wölfen gejagt. Sie war dabei, sie hat im Prinzip ja gegen drei Hexen gekämpft, so gesehen. Ja, aber sie hat ja eigentlich, also ich meine gut, ich will nicht sagen, dass sie nichts erlebt hat. Aber selber, also eigentlich fußen ja alle Begegnungen immer darauf, dass der Fremde sie aus der Patsche holt. Oder halt Scheiße baut und ihr Angst macht. Ja, aber das macht es trotzdem abenteuerlich. Ja, es ist aber, ich weiß nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wirklich was großartig mit ihr erlebt habe. Also, ich weiß nicht, das wirkte auch fast so, die ganze Szene, die wirkte fast ein bisschen gecovert, wie einer aus dem Hoppit, die es nicht gibt, gefühlt. Und so, weiß ich nicht, in der Rückschau von wegen so, ja, das hat mich nicht so überzeugt. Aber das liegt auch daran, dass Nori für mich irgendwie auch so ein bisschen so ein, ja, die ist halt da. Ja, dann sieht man aber, sie sind ja auch, sie sitzen ja nicht hier alleine rum, sie sind ja tatsächlich zurückgekehrt zu den anderen Haarfüßen. Und da ist diese Malwa, die eigentlich, die ganze Staffel eigentlich eine toxische Trulla war, dann aber plötzlich zum Nori-Fanclub gewechselt ist, obwohl sie dann doch nicht mitgekommen ist, warum auch immer. Und die studiert irgendwie eine Karte, ist aber zu blöd, die richtig rumzuhalten und sagt dann irgendwie erst so, ja, wenn wir jetzt weiter nordwärts gehen, dann haben wir bestimmt irgendwie einen Monat nur grünes Gras vor uns und keine Trolle. Aber sie hält es natürlich verkehrt herum und Poppy peilt das im Gegensatz zu ihr und meint, ja, nee, also guck's dir doch an, überall steile Hänge und Dornbüsche. Und dann halt, warum führst du uns da nicht an? Genau, wo ich mir dann gedacht habe, steile Hänge oder, oder Klippen oder was, ähm, sprechen die von den Emin-Muhil? Na, wir sind sie zu weit östlich. Also wer weiß. Die Emin-Muhil, an den Emin-Muhil sind sie schon lange vorbei, wenn man da nach der Karte schaut. Na, die braunen Lande, das ist so ein bisschen, ich mein, durch die, durch die späteren Totensümpfe sind sie ja schon mit ihrem Wagen da, ne? Ja, die sind jetzt eher nordöstlich der Emin-Muhil, also das ist, das ist definitiv nicht der Weg. Aber Poppy grinst auf jeden Fall, als sie so in Aussicht gestellt kriegt, oh, vielleicht führe ich sie ja an und dann passt schön auf die Kleinen auf und so. Und dann sagt sie auch noch halt, dass sie den Sadok vermisst, so schade, dass er nicht mehr bei uns ist. Ja, sie, sie sagen da ja irgendwie dieses, von wegen, niemand verlässt den Pfad und niemand wandert allein und, äh, da ist sie da aber doch wehmütig, weil bei Sadok klang das irgendwie besser. Und dann sagt aber eine andere zu ihr, ja, Sadok ist doch irgendwie bei uns, ne? Also, in unseren Herzen und, ja. Ja, so wie's die anderen ja auch sind, letztendlich. Und dann kommt, äh, ja, die Schmalzparade, sag ich mal. Und da kommt Nori zu ihrer Familie und die geben ihr einen Rucksack und sagen, na komm, geh mir die mit, das ist, das ist dein Weg. Das ist absolut dein Weg, du gehörst da raus und dann wiederholen sie im Prinzip das, was in Folge 1 ja war, wo halt du gehörst dorthin, wo die Vögel ihre Lieder lernen und so weiter und so weiter. Und ja, dann verabschiedet sich von allen, von Poppy, dann nur kurz, so, so ein bisschen kurz angeboten, aber dann sehr ausführlich bei ihrer Familie, wo sie dann nochmal, äh, genau, und du, ich hab so viel gelernt von dir, Vater und so weiter und so fort. Ich meine, ich, ich mag diese Charaktere und da ist auch, ich bin da eben so empfänglich, also ich war da schon sehr gerührt, am dollsten dann, als sie sich tatsächlich dann doch noch von Poppy ausführlicher verabschiedet. Das wird sehr in die Länge gezogen, ich geb's zu, es ist eine sehr lange Szene, aber ich finde, das ist auch verdient, weil. Es fühlte sich halt an wie, äh, graue Anfurten reloaded für mich. Mit dem Unterschied, mit dem Unterschied, dass du bei den grauen Anfurten halt, ja, weiß ich nicht, da hast du halt wirklich was mit den Personen durchgemacht und hier dachte ich mir so, ich kenn euch irgendwie alle immer noch nicht so richtig. Ja, aber ich, ich mag halt diese Figuren sehr gerne und für mich hat das auf emotionaler Ebene sehr gut funktioniert. Ja, ich, ich, ich frag mich jetzt nur, was genau? Also, die sind halt für mich alle, die, die sind halt da. Ist jetzt nicht so, dass sie mich jetzt, ja gut, was deren Ideologie angeht, das ist was anderes, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich hab nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie großartig mit denen was erlebt habe. Nicht schon. Das, das, weiß nicht, also, auch wenn ich jetzt, also, wenn ich vom Amazon X-Ray oder von, von, von der IMDb, äh, nicht die Namen wüsste, dann könnte ich mir die echt nicht merken, weil das für mich alles so, ja, weiß ich nicht, OneNote-Charaktere sind irgendwie auch. Also, ich sprech für all die, die auch die Haarfüße so mögen wie ich und sich da emotional eingebunden fühlen und ich hab echt, ich war sehr gerührt und dachte so, oh, nimmt Abschied. Ja, es ist halt so, ich meine, klar, Grau an Pfoten ist jetzt, ist jetzt eine unfaire Referenz, aber sie tun halt so, als wäre das hier der Riesenabschied. Ja, ist es ja für die Charaktere. Ja, aber mich als Zuschauer lässt es halt einfach komplett kalt. Aber dadurch, dass sie sich eben dafür Zeit lassen, das zeigt dann eben, dass denen die Charaktere auch wichtig sind und dass sie eigentlich auch möchten, dass uns die Charaktere wichtig sind, also, mir sind sie es jedenfalls. Ja, aber da hätten sie dann was für tun müssen. Ja, für mich haben sie genug getan. Weil, ja, aber, also, aus meiner Sicht tun sie halt in der Serie nichts dafür, also, ich, ich frag mich halt die ganze Zeit, warum ich mich für die interessieren soll. Ja. Aber das, das, das frage ich mich bei dem ganzen Haarfußplot, warum der überhaupt da ist. Ja. Weil, wirklich, passiert ist da eigentlich nichts, beziehungsweise ist eigentlich nur dasselbe passiert. Und, ja, ich weiß nicht, ich, naja, ich hab ja schon oft gesagt, ich brauch die Hobbits überhaupt nicht hier drin. Ich bin froh, dass sie hier sind, weil das ist halt so das, wo so die meiste Wärme dort ist, emotional bei denen. Ja, aber das hätte man auch anders, beziehungsweise man hätte sich einfach auf was anderes ausdenken können. Ich weiß nicht, was, was mich halt auch stört, diese Hobbits haben für mich auch irgendwie, also, bis auf, dass sie nicht in Höhlen rausen und nicht kiffen, ist das eigentlich, ja, und ist das eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Also, also, auch so die, die Optik, das haben sie sich alle schon wirklich sehr abgeguckt bei Peter Jackson, anstatt da mal irgendwie eigene Akzente zu setzen. Deshalb ist Nori für mich auch einfach, weiß ich nicht, das mag jetzt zwar irgendwie eher aus der, aus der reaktionären Hassecke kommen, aber Nori ist halt einfach Female Frodo. Und, und Poppy ist halt einfach Sam als Mädchen. Na, so würde ich das gar nicht, so habe ich die absolut nicht gesehen. Mehr, mehr ist das für mich irgendwie nicht, mit dem Unterschied, dass Frodo zumindest irgendwie eine gewisse Agenda und auch einen Charakter hatte. Für mich hat Nori, ich weiß nicht, dieses, dieses Fernweh von der macht für mich irgendwie auch keinen Sinn. Wie man manchmal hat er, wie gesagt, also, für mich ergibt das alles Sinn. Ich fand das immer stets nachvollziehbar und ich mag die sehr gern. Und, äh, umso mehr natürlich. Also, dieser Abschied war halt für Leute wie mich in dem Fall. Ja, es war halt für mich, also, ich, ich verstehe es, ich verstehe es, äh, in Hinblick auf die Charaktere. Für mich war es dann ein Abschied komplett ohne Wehmut. Hm, na ja. Es, äh, es ist, äh, sie tritt dann irgendwie, glaube ich, rüber zu dem Fremden, der dann ja auch schon auf sie wartet. Und der fragt sie dann nochmal so, ja, bist du, bist du ganz sicher? Und sie meint dann so, ja, wenn ich, wenn ich mich jetzt umdrehe, dann, dann, dann geht der ganze Mut weg, den ich jetzt gerade gefasst habe und den auch meine Familie gefasst hat. Und, und dann, dann gehe ich hier niemals weg. Und dann meint er so, ja, also, dann gehst du am besten voraus. Genau, alle winken dir zu. Genau. Und sie hat auch, meine Füße fühlen sich schwer wie Eisen an und ich weiß gar nicht, wo wir hingehen sollen. Dann dreht er sich um und zeigt da in die Richtung so dahin. Und bist du dir sicher? Ah, äh, not entirely. Äh, nicht, nicht so. Ja, ja, und, ja, ja, komm, ach, ich, ich mach die, ich mach die Gandalf-Keule. Süßer Duft aus dieser Richtung. Und im Zweifel sollte man immer seiner Nase folgen. Und zumindest der zweite Teil ist ein wortwörtliches Gandalf-Zitat aus Die Gefährten. Und ich weiß auch gar nicht, ob es aus dem Buch ist. Ich glaube, es ist eher aus dem Film, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, genau. Aber vielleicht könnte ich noch mein Buch nachschauen. Ich hab's, nicht im Griff weiter, aber ich hab's da irgendwo liegen. Genau, aber das ist der große Link. Ja. Also, ich meine, es gab ja schon die ganzen anderen Links. Aber das ist halt der, der am ehesten der Fall, wo wir denken, die möchten, dass wir jedenfalls denken, das ist Gandalf. Ja, es ist für mich, ehrlich gesagt, auch hiermit mittlerweile jetzt echt in Stein gemeißelt. Es muss, es muss Gandalf sein, ich, es würde mich ja nicht überraschen, wenn sie dann doch noch einen Twist auspacken, oder dann ist es jemand anderes. Ja, was dann aber sehr konstruiert wäre, so nach dem Motto, oh, scheiße, äh, die 10.000 Hinweise, die wir gegeben haben, die waren zu offensichtlich. Deshalb ziehen wir uns jetzt noch mal irgendwas aus dem Hintern und, und ach ja, nee, das ist alles völlig egal. Also, komm, sie haben, also, auch wenn sie es hier nicht, ich meine, klar, er kann sich ja auch hier schlecht als Gandalf vorstellen, weil er den Namen ja noch bekommt. Ja. Er ist ja im Grunde in der Hinsicht, das ist vielleicht noch ganz interessant, dass er und Sauron dahingehend auch parallelisiert werden, dass sie viele verschiedene Namen haben. Also, Gandalf heißt ja wirklich bei jedem Volk gefühlt anders. Er heißt irgendwie, für die Elben heißt er hier Mifrandir oder, ähm, Olorin ist ja, ist ja, glaube ich, sein, sein Maya-Name. Hm. Gandalf haben ihn ja, glaube ich, eigentlich nur die Hobbits genannt. Der Graue Pilger haben sie ihn auch genannt, also, das heißt ja Mifrandir irgendwie. Also, er hat auf jeden Fall viele verschiedene Namen, weil er eben auch schon lange auf der, auf der Erde ist. Graubart, Graurock hat man halt all diese verschiedenen Namen für ihn. Also, jedes Volk nennt den ja auch gefühlt anders, wobei es in, ich glaube, in Gondor wird ja auch Mifrandir genannt, ne? Weil die ja dann auch noch so den, den Link zu den Elben haben. Ja, genau, da unter anderem, ich von bestimmten Leuten. Ja, aber auf jeden Fall sieht man dann, die Haarfüße gehen in eine Richtung und, äh, sie gehen in die andere. Und halt das, was sie da in Aussicht stellen, im Prinzip so ein, so ein Buddy, so ein Buddy-Reise-Ding mit den beiden, da denke ich mir, mega. Ja, da habe ich mir gedacht, äh, warum haben sie das eigentlich nicht schon viel eher gemacht? Weil diese, diese Abenteuer-Gedanke, der fehlt die ganze Zeit dieser, dieser ganzen Serie. Also, der kam mal irgendwie auf in dieser Gesangssequenz. Aber ich meine, das, das gehört einfach dazu und dann die ganze, ich weiß nicht, dann, dann hätte man die Haarfüße auch schon eher ins Valhalla schicken können. Das ist halt eine andere, die, die setzt halt noch andere Schwerpunkte. Ich schätze mal, vielleicht in Tafel 2 gehen sie ein bisschen mehr darauf ein, wer weiß, was da kommt. Aber ich bin super froh, dass es an diesem Punkt ist und das stellt für mich halt tolle Sachen in Aussicht, weil ich mir denke, oh, was die wohl alles erleben könnten und wie die zusammenwachsen noch und so. Also, das stelle ich mir sehr schön vor. Ja, abwarten. Es, äh. Ja, also, das freu ich mich. Also, das, das stellt schöne Sachen in Aussicht. Dann aber kommen wir zu weiterem Smithing-Porn. Wo dann letztendlich, wir sehen, wie der Dolch, also, es wird alles sehr, sehr lang, also, halt, wir sehen, wie der Dolch eingeschmolzen wird. Sie nimmt wirklich halt Abschied, also, es ist halt wirklich ihr großer, mit ihr großer Arc halt noch unter anderem. Sie lässt jetzt los. Ja, das ist, das ist wirklich ein Charaktermoment. Da merkt man, sie schließt jetzt wirklich ab mit, mit ihrem Bruder. Ja. Genau. Und sie, das wird eingeschmolzen, scheint gut zu funktionieren. Und dann wird das alles in so eine runde Form, äh, gegossen. Und dann wirft Elrond, äh, den Splitter hinein von dem Mithril. Und, äh, was da visuell passiert, fand ich sehr interessant. Denn der, der Splitter fällt auf eine Art hinein, äh, dass es aus bestimmten Winkeln so aussieht, als wäre das ein großes, rundes Katzenauge. Ja. Was man ja dann auch kennt. Vor allem, sie lassen das dann ja noch so rumwirbeln. Also, sie vermischen dann ja das, das flüssige Gold. Genau. Das flüssige Gold, das hier wirklich deutlich besser aussieht, als im zweiten Hobbit. Da gab's ja hier diesen, diese, diese Statue. Also, das sah ja wirklich aus wie ein animierter Klumpen Butter. Also. Naja, und hier ist eben auch zusätzlich noch Magie mit im Spiel. Und da, also so eine gewisse Magie. Man zieht halt dieses, dieses Symbol ringsum und sie, das fließt alles in diese verschiedenen Richtungen, bogenförmig. Und dann. Es leuchtet auch ganz schön, ne? Genau, dann sind da diese drei Zapfen im Prinzip, aus welchen sie dann die, anfangen die Ringe zu formen, während Elrond nochmal zurückgeht dort zum Wasser und den Stammbaum findet und den studiert und irgendwie mit zweifelndem Blick nochmal nach oben eilt. Und in dem Moment werden die Ringe fertiggestellt. Ja, die drei Elbenringe. Genau, wir sehen, wie da die, die, genau, wie die alle nebeneinander gelegt werden. Wir haben einen weißen Stein, einen roten Stein, einen blauen Stein. Und das sind sehr, sehr hübsche Ringe, wo man halt schon sehen kann, welchen dann Galadriel tragen wird. Ja, die sind vor allem auch sehr individuell einfach, ne? Ja, genau. Ja, das, äh, ich muss sagen, also die waren, die waren auch schon toll designt, ne? Also die sahen nicht irgendwie aus. Kurz mal, also die Namen der Ringe sind, äh, Vilja, das ist der Ring der Luft, den, äh, trägt Elrond, äh, beziehungsweise den hat Elrond dann im Bruchta aufbewahrt. Nenya ist der Ring aus Adamant, der Ring des Wassers, den, äh, Galadriel dann in Lothlorien trägt. Und dadurch dann Lothlorien auch natürlich dann irgendwie schützt. Und Naira, der Ring des Feuers, der hier dann wahrscheinlich noch an... Kelebrimbor. An Kelebrimbor geht, den aber eigentlich der Schiffsbauer Kirdan bekommt. Und der überreicht ihn dann tatsächlich Gandalf, als der mit dem Schiff in Mittelerde eintrifft. Also mit dem Schiff aus Malinor. Vielleicht werden, ich hoffe, wir werden Kirdan noch sehen, weil Kirdan ist, weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erzählt habe, aber, aber der dürfte, halte ich fest, wirklich, der ist einer der allerersten Elben, die erwacht sind. Oh, weil ich habe schon irgendwie gemunkelt gehört, dass der irgendwie grad gecastet wird oder wurde. Geil. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der soll auftauchen. Weil der hat wirklich, also musst du dir vorstellen, der hat drei Zeitalter erlebt. Also der ist dann, glaube ich, auch, ich glaube, der fährt mit dem allerletzten Schiff dann, glaube ich, nach Valinor. Also nachdem ja auch alle, das muss man hier sagen für Leute, die die Bücher nicht so kennen oder vielleicht auch dann, das zeugt drumherum, die Gefährten, also die Gemeinschaft des Rings, die fahren alle peu a peu nach Valinor irgendwann. Alle, soweit ich weiß. Also auch selbst Gimli und Legolas fahren zusammen. Genau. Und Kirdan ist dann, glaube ich, an dem wirklich allerletzten Schiff, was Mittelerde verlässt. Und von denen alle werfen sich bedeutungsschwere Blicke zu. Es ist jetzt die Frage, kriegt jetzt Celebrimbor den Ring oder kriegt Gil-Galat den? Ich glaube, eher Gil-Galat, ne? Wer weiß, wer weiß, noch nicht ganz sicher. Aber der ist ja schon abgezogen. Vielleicht überbringt die ihn dann noch und dann kriegen sie Ärger. Genau, es ist auf jeden Fall, es ist wirklich so ein bisschen so, it's done, it's vollbracht. Es ist vollbracht, ich kann auch kein Deutsch mehr. Und von den drei Ringen gehen wir rüber zu einem Close-Up von einem Auge, in welchem sich der Urodruin spiegelt. Was ich auch sehr schön fand, weil es doppelt dreifache Verbindung im Prinzip, weil das Auge, wie wir dann sehen, weil ich dachte jetzt, oh, wessen Auge ist das? Und dann stellt sich raus, oh, das ist Heilbrands oder Saurons Auge. Genau, es spiegelt sich der Urodruin drin und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte Blade Runner Vibes, ganz kurz. Oh, nee, das ist nicht direkt. Ich habe sofort einfach die Verbindung gezwungen, oh, Saurons Auge. Ja, ja, natürlich, klar, vielleicht hätte die Folge R.W.I. heißen müssen und nicht gebunden. Genau, er steht dort auf einem Hang und geht hinunter in Richtung Urodruin, die dunklen Wolken sind dort drüber, so wirklich jetzt richtig schwarz. Wir sehen da unten Fackelscheine und Züge, also anscheinend ist da schon einiges im Gange. Und er geht mit so einem schwarzen Mantel bekleidet, geht er da nach unten. Und der Schicksalsberg, der ist auch umgeben von so einem Ring aus rauchförmlich, also auch wie der Ring. Ja. Da dachte ich mir so, der sieht jetzt endgültig aus wie der Todesberg aus Zelda. Ja, und er steigt dann nach unten und dann ab schon. Genau, Halbrand geht hinunter in das Schattenreich, in sein Schattenreich, beziehungsweise Sauron dann jetzt eigentlich. Warum er immer noch diese Gestalt hat, aber bei den Orks wird er dann wahrscheinlich als Big Bad Motherfucker kommen und erstmal Arda zum Duell fordern. Ja, und das war es. Man muss sagen, sie schielen mit, also hatte ich ja schon gemeint, sie schielen mit hier der Abschiedsszene eindeutig rüber zu den grauen Anfurten. Was für mich aber absolut nicht denselben Impact hat, kann es natürlich auch nicht haben. Und das hier ist halt wirklich, hier zitieren sie auch irgendwo das Ende von die Gefährten, ne, mit Halbrand. Nein, nicht unbedingt die Gefährten, ich habe eher die zwei Türme im Kopf gehört, wenn man da das Ding, der so allgemein Mordor sieht und den Abspannsong, den wir hören, gesungen von Fiona Apple, dieser rezitiert das Ringgedicht letztendlich mit all den Bestandteilen und klingt vom Sound her, hat uns beide erinnert an Gollums Song auch aus Herr der Ringe 2. Definitiv. Welcher auch in meiner Achtung gewachsen ist und nach und nach, ich mochte den Song erst gar nicht, aber inzwischen finde ich ihn sehr stimmungsvoll. Ja, da habe ich, ich kenne eine Kollegin von Movie Break, ich glaube, die hätte da sogar mal irgendwie eine Analyse drüber schreiben müssen, also auch über den Text. Das ist schon sehr interessant, da mit der gespalten Persönlichkeit, wie sich das so wiederfindet und hier. Das Lied heißt, das Lied heißt Where the Shadows Lie und die Melodie haben wir instrumental schon im Abspann von Folge 1 gehört, somit schließlich ein weiterer Kreis. Ja, die hören wir vor allem auch schon, als die, als die Ringe da gefertigt werden, ne? Ja genau, das hören wir jetzt auch schon, das hören wir da schon ab und zu. Ja genau, wir haben sie schon in Folge 1 gehabt, also echt, echt clever gemacht. Ja, es ist, es ist, ich muss sagen, ich habe den Song heute, nachdem ich die Folge gesehen habe, habe ich die, habe ich den unterwegs ein paar Mal gehört und ja, ich muss sagen, also der ist schon stimmungsvoll, die hat auch eine interessante Stimme, die jetzt nicht so, so, sag ich mal, jetzt gewöhnlich klingt. Ja genau, mein Problem ist, dass es wirkt für mich irgendwie so, als hätte die Melodie zuerst existiert und dann haben sie da irgendwie noch den Text drüber geflatscht. Es wirkt, es wirkt vom Rhythmus her nicht super kohärent, wie es einfach halt, es ist halt wirklich ungeändert, es ist einfach dieses Ringgedicht und das ist nicht immer rhythmisch ganz schlüssig. Ja, ja, der, der Song, das muss man ja sagen, also der ist auch auf dem offiziellen Soundtrack drauf, aber der kam jetzt glaube ich, soweit ich weiß, erst dazu, also den hat Amazon irgendwie erst vor vier, fünf Tagen veröffentlicht. Ah, okay, weil er ist nicht hier auf dem Soundtrack-Album der Folge, sehe ich hier. Okay, ja, dann kommt da vielleicht, ah, der wird wahrscheinlich gesondert veröffentlicht, als Single oder so. In irgendeiner Form mal sehen, genau, bisher gibt es nur die Instrumental-Version, also aber abgesehen von diesem Zusatz. Also als ich das so gehört habe, dachte ich mir so, also das wäre jetzt auch so ein Song, wozu du wirklich aus einem Mittelerde-Film aus dem Kino kommst, so ein bisschen, ne? Ja. Und da schwingt auch eine gewisse Melancholie mit, also ich fand den, ich fand den gar nicht schlecht, generell auch diese Melodie finde ich auch gar nicht schlecht von Ben McCreary. Ja, also er ist stimmungsvoll, er ist eine gewisse Gefahr, er ist eine gewisse Tücke dabei, ja, ich mag einfach die Melodie auch sehr gerne. Und gleichzeitig irgendwie auch was Melancholisches, also noch gelungen. Ja, und damit sind wir am Ende, nicht nur am Ende dieser Folge, sondern am Ende der ersten Staffel. Ja, ähm, und auch am Ende dieser Besprechung mehr oder weniger, äh, die jetzt, äh, eindeutig wirklich unsere längste geworden ist, aber bei weitem, dass ich da noch also rauskatte. Ähm, ja, wir werden ja auf jeden Fall noch einen Abschlusscast machen, beziehungsweise ich, äh, da bist du ja nicht mehr bei, also ein Staffel-Recap, äh, wo der Kollege Sven wahrscheinlich mit dabei sein wird, den ihr auch schon öfters bei House of the Dragon gehört habt. Und ein Überraschungsgast, zu dem ich aber noch nichts sagen kann, vielleicht haut es auch nicht hin, deshalb will ich hier nicht zu viel versprechen. Aber es könnte, also es könnte ein Überraschungsgast geben, sagen wir es so. Aber lasse, äh, da du ja dann, äh, nicht zugegen bist, äh, würde ich dich doch mal bitten, nicht nur ein Fazit über diese Folge, sondern auch, ja gut, ich würde sagen, wir ziehen beide erstmal ein Fazit zur Folge und dann lässt du, glaube ich, so dein, dein Staffel-Fazit los. Ja. Aber ich würde dir trotzdem den Vortritt lassen, natürlich. Ja, dann mache ich nicht beides hintereinander. Ja, also ich fand, das war ein sehr, äh, stimmungsvoller Abschluss, so. Das war so ein bisschen das, was ich so gehofft hatte, wo ich mir denke, ich hoffe, es ist nicht alles so komplett peril, sondern ich dachte mir, jetzt ist ein gewisser Abschluss, aber halt mit den Fenstern offen für das, was noch kommt. Und genau das ist passiert. Einiges ist halt, einige Vermutungen haben sich halt bestätigt, es gab ein paar Sachen, wo ich dachte, oh, okay. Ähm, halt ist, wie gesagt, das ist halt nicht mega doll überraschend, aber es ist halt trotzdem schön, wenn das so nach und nach enthüllt wird. Und, äh, ja, also insgesamt, nach wie vor, die, ähm, SchauspielerInnen machen das alles toll. Und, ähm, ich war immer noch sehr gespannt. Ja, also insgesamt fand ich fast ein guter Abschluss, in dem Sinne von, was jetzt, äh, halbwegs zu Ende gebracht ist, aber eben auch das, was noch so alles folgt. Ich fand, das war ganz gut gelöst. Ja, es ist dahingehend natürlich ein typisches Finale, was sowohl, also es hat ja eigentlich nur zwei Aufgaben, diese ganzen vermeintlichen Mysterien auflösen. Und eben Setup für Staffel zwei. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Und, äh, also ich, ich muss dazu sagen, ich hab ja die Folge wie immer zweimal geguckt. Und beim zweiten Mal ist sie tatsächlich ein bisschen bei mir gewachsen, was so, also diese Halbrandsequenz mit Galadriel, die fand ich schon wirklich nicht schlecht. Ähm, auch von den Dialogen her gar nicht übel. Aber so insgesamt, ja, ich weiß nicht, äh, diese Bedrohung da aus Ruhen, die wurde mir irgendwie zu sehr beiseite gewischt. Vor allem, es ist halt wie da nach demselben Strickmuster mit dem Fremden, was man eigentlich jetzt auch schon mehrere Male gesehen hat. Äh, generell fand ich diese ganze Folge wirklich wahnsinnig spannungslos. Also ich konnte wirklich die Uhr danach stellen, wann was passiert, wann was gesagt wird. Nichts überraschend. Äh, du meintest ja schon, ja, so wie man es sich vorgestellt hat. Das ist aber wirklich so exakt so, wie man es sich vorgestellt hat. Also es ist wirklich nichts, was irgendwie mal entgegen meiner Erwartung, äh, vonstatten gegangen wäre. Das macht es jetzt nicht zu einer schlechten Folge, aber mir ist jetzt irgendwie auch aufgefallen und es ist mir so in den letzten Monaten und Wochen jetzt auch einfach, äh, sehr ins Auge gesprungen, zunehmend. Wenn über die Serie gesprochen wird, dann ging es eigentlich nur um die kruden Theorien zum Fremden oder zu Hallbrand. Und, äh, dass sich diese Folge jetzt so in erster Linie fast schon darauf einschießt, zeigt mir irgendwo auch, dass, ja, also alles andere ist nicht so wirklich interessant, beziehungsweise war auch nicht so wirklich Teil des Diskurses. Also es wurde darüber hitzig diskutiert, es wurden alle möglichen bekloppten Theorien aufgestellt. Mystery Box hat ihren, äh, äh, ihren, ihren Zweck erfüllt. Da kann ich auch nochmal anmerken, äh, ich merke immer mehr, dass diese beiden Autoren, also die beiden Showrunner, dass die wohl irgendwie aus dem Stall von J.J. Abrams kommen. Der ist auf jeden Fall, also er ist auf jeden Fall teilweise ein Vorbild irgendwie. Ja, das merkt man auch. Äh, aber J.J. Abrams ist ja, wie man weiß, äh, bei zahlreichen Gelegenheiten, nicht nur bei Lost, J.J. Abrams ist ganz, äh, gut darin, viel Feenstaub aufzuwirbeln und, äh, dann aber nicht so wirklich, äh, er will ihn da nicht so wirklich verpusten, beziehungsweise das erscheinen lassen, was dann, was dann, äh, Sache ist, wie man ja auch an seinen Star-Wars-Filmen gesehen hat. Aber gut, das geht jetzt hier zu weit. Ja, wie gesagt, das, das hat mir das irgendwie gezeigt, also, dass wir, dass wir nichts von den Zwergen zum Beispiel nochmal sehen, dass irgendwie auch die Südlande jetzt völlig egal sind, was mich auch ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, dass diese ganze Annatar-Ring-Geschichte mehr oder weniger mit Halbrand dann jetzt eigentlich schon abgefrühstückt wurde. Das ging irgendwie auch alles sehr, sehr schnell, irgendwie auch alles sehr, sehr viele Zufälle. Ist ja noch nicht ganz. Ja, aber irgendwo schon. Weil es kommen ja noch ganz viele andere Ringe und dann muss ja noch der eine Ring hin, also ich schätze mal, lässt er sich noch was einfallen. Ja, aber, äh, zumindest was so den Einfluss auf die Elben angeht, da kommt nichts mehr, beziehungsweise man muss ja sagen, die Elbenringe, die wurden ja, nachdem Sauron den einen geschmiedet hatte, erschaffen und seine Hand hatte, hat sie ja nie berührt, auch wenn mit seiner Schmiedekunst das wohl umgesetzt wurde, wie es hier dargestellt wird. Aber, äh, ja gut, ich meine, die, die Ringe sind ja eh nur dazu da, um die Akkus aufzuladen. Und, äh, tja, so sehr viel mehr Zweck haben die dann ja wirklich gar nicht. Vor allem, es ist ja, die, die, die Bedrohung durch Sauron ist ja trotzdem für die Elben immer noch ziemlich diffus, beziehungsweise nicht existent. Äh, was auch so ein, so ein, so ein Grundproblem dieser, dieser ganzen Serie ist eigentlich bislang, dass es nie so wirklich eine richtige Fallhöhe gibt. Äh, aber da komme ich vielleicht im Staffel-Recap dann nochmal drauf. Insgesamt, es ist eine solide Folge einer, ja, also sie reiht sich irgendwie ein, äh, neben den anderen. Es, ich muss sagen, in der ganzen Staffel gab es für mich keine Folge, die mich so richtig begeistert hat. Ich fand's immer so solide bis okay. Und insgesamt reiht sich dann die Staffel da auch nochmal ein, aber da kommen wir nächstes Mal dann nochmal ausführlicher zu. Äh, wann der Staffel-Recap erscheint, kann ich nicht genau sagen. Äh, wahrscheinlich im Laufe nächster Woche. Halte die Augen auf, auf jeden Fall wahrscheinlich vor nächster Woche Freitag. Lasse, da bist du ja nicht mehr mit dabei. Hm. Ungeachtet dessen muss ich sagen, äh, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Äh, wir hatten zwar wirklich teilweise gegensätzliche Meinungen, vor allem letzte Woche. Das hat dann hier nicht ganz so sehr ausgeschlagen. Nee, wir haben uns nicht die Köpfe abgerissen, wie ich vermute. Äh, ja, to be continued in Staffel 2. Falls wir dann auch leben. Aber ungeachtet dessen, nee, es war wirklich interessant. Und ich muss sagen, also, ich kann's halt immer wieder sagen, die Recaps haben mir teilweise mehr Spaß gemacht als die Serie selber. Naja, man erlebt das dann ja mit jemand anderem. Ja, also, ich muss ja sagen, also, auch nochmal, äh, äh, grundsätzlich Dank an dich, dass du das hier, weil, äh, ich weiß nicht, ob es, ob es Off-Mic war. Ich glaube schon, aber da hattest du ja wirklich so zu mir gemeint, äh, es ist jetzt eigentlich nicht so mein Fall, so eine ganze, äh, äh, Folge irgendwie Szene für Szene durchzusprechen. Ja. Aber ich hoffe, es hat dir, weil du, du hattest vorher ja sowas noch nie gemacht, glaube ich, ne? Nee, ich war ja einmal als Gast dabei bei Loki. Und da hat's mich so ein bisschen geschockt. Oh Gott, dauert das lang? Hm. Ja, aber, ja, aber gut, aber, also, Loki kann ich nix zu sagen. Aber ich mein, die Serie hier, die gibt's ja schon her, ne? Da sind ja wirklich viele Details und dann die Verbindungen zur Lore, et cetera. Und dann wird's nun mal ein bisschen länger. Ja, sicher. Äh, damit's jetzt nicht immer zu viel länger wird. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank an dich. Danke dir. Ich muss ja auch noch meinen Recap machen. Ja, stimmt, genau. Weil du ja dann, äh, äh, nicht dabei bist, dann schieb einfach mal so insgesamt dein Staffelfazit noch hinterher. Ja. Ja, also halt, ähm, ich war ja schon durchaus irgendwie skeptisch ab, als es mir erst mal angekündigt wurde, als es mir auch noch gar nicht klar wurde, was das werden sollte. Aber mit jedem neuen, mit allen neuen News dachte ich so, äh, äh, es ist, ich halt, ich halt Augen und Ohren offen. Und, äh, ich, ich bin sehr angetan. Ich, ich bin, das ist sehr viel, halt, Teaser natürlich noch, äh, für sehr viel Zeug. Ich meine, dadurch, dass halt erst wirklich die Ringe so richtig zur Sprache kommen, ja, in der letzten Folge, das ist halt ein Hinweis darauf. Aber, ich meine, da folgt ja noch so einiges. Ich, äh, hab hier und da so gewisse Gripes, die aber nix für mich kaputt machen. Also, ein paar so kleine Details, wo ich mir halt denke, äh, halt das, das, das Ding halt, was sie mit Mitril machen, war so halt mein größtes Problem. Es ist ja Gott sei Dank abgefrühstückt, ne? So gesehen, ja, genau. Den Bayrock-Teaser mochte ich nicht. Das war, aber wie gesagt, das sind so, das sind so immer so kleine Details. So insgesamt, insgesamt fand ich halt, und wenn ich die Staffel nochmal schaue, dann denke ich jetzt gerade mit der letzten Folge, da wird nochmal, da schaut man bestimmte Sachen dann einfach nochmal anders. Aber insgesamt halt, ich fand es einfach wundervoll, wieder in dieser Welt zu sein. Ich mochte, ich mochte die neuen Charaktere, ich mochte die neuen Interpretationen der bekannten Charaktere. Ich mochte es wieder so ein bisschen live mit so einer Serie mitzufiebern, weil bisher war immer eher so der Fall, dass ich, äh, Sachen viel später gucke erst. Und die einzigen Sachen, die ich sonst aktuell jetzt immer bei Erschein gucke, sind die Marvel-Sachen, aber da ist nicht wirklich, obwohl ich die Serien mag, das ist nicht wirklich so direkt mit, oh, also da bin ich nicht super emotional drin. Das ist halt einfach nur, ja, es macht Spaß. Und sehr viel mehr ist es halt nicht so aktuell. Und deshalb ist das hier, wo ich halt so wieder wirklich emotional so dabei bin und wo ich dann wirklich zwischendurch auch zu Tränen gerührt war. Also wo es mich ja wirklich, wirklich emotional mitgenommen hat. Das ist so lange her bei so einer Serie und das fand ich eben so toll. Also ich finde es toll, Mittelerde lebt immer noch, die Musik ist fantastisch, die SchauspielerInnen sind wundervoll, die neuen Figuren, die alten Figuren und so weiter. Ich gucke denen allen gerne zu. Ich mochte es, dass es halt nicht, es ist nicht dieses gigantische Action-Feuerwerk. Wenn was Action-mäßiges passiert, dann hat es Impact und dann freut man sich auch drüber, weil es eben dann etwas Besonderes ist. Und ja, also ich finde insgesamt halt produktionstechnisch, wie die sich da reingekniet haben. Ja, erzählerisch ist es ein bisschen holprig, aber die finden so ein bisschen ihr Footing. Ich finde, also auf meiner Seite bin ich da absolut drin gefangen. Ich freue mich schon tierisch auf das, was bald kommt. Und ich weiß, dass ich da lange für werde warten müssen, aber bis dahin kann ich mich weiterhin an dieser Staffel erst mal freuen, an der fantastischen Musik. Und ja, also das ist so mein, es ist vielleicht ein bisschen langweiliges Fazit, aber insgesamt einfach, ich mag die Serie sehr. Ich liebe sie nicht. Ich, wie gesagt, ah, so kann ich es ausdrücken. Ich liebe die Serie nicht, aber ich bin verliebt. Mhm, na gut, das kann sich dann ja noch steigern. Ja, wer weiß. Dann kasten wir vielleicht nicht mehr zusammen, wenn die Honeymoon-Phase kommt. Mal gucken, was noch alles, also ich freue mich schon sehr darauf, dann auch wieder mit dabei zu sein. Aber das wird ja jetzt eine Weile dauern und bis dahin finden wir andere gemeinsame Projekte. Wir haben ja dieses Jahr noch was vor. Stimmt, du meinst das, was ich gerade ankündigen wollte, oder? Wahrscheinlich. Ja, weil der Lasse und ich haben ja letztes Jahr tatsächlich, und der ging tatsächlich noch länger als dieser Podcast, einen Audiokommentar gemacht zu Der Herr der Ringe, Die Gefährten. Den könnt ihr in Lasses Podcast-Feed Fans About Films hören. Und es ist noch nicht so ganz raus, wie wir das dieses Jahr machen, aber Die Zwei Türme wird ja dieses Jahr 20 Jahre alt. Also letztes Jahr waren es Die Gefährten, dieses Jahr die Zwei Türme. Und den wollen wir auch besprechen, natürlich im Extended Cut. Den habe ich, aber jetzt bin ich ja wieder, habe ich ja jetzt alle meine DVDs wieder beisammen. Entsprechend kann ich die dann über Player streamen. Super. Wenn, wenn dann nur Extended Cut, also... Habe ich. Obwohl, ich glaube, den bekäme man auch bei Amazon hin und wieder am Street. Na klar, na klar, aber halt, ich habe auf jeden Fall alles, was wir brauchen. Genau, das werden wir wahrscheinlich machen. Es kann sein, dass wir das möglicherweise auch in Videoform bei Twitch machen. Da können wir halt mal, ja, wir können mal schauen. Reaction-mäßig, da wollen wir ja eh so einiges machen. Könnt ihr euch drauf freuen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei denen ich mich dann hier am Ende auch nochmal bedanken möchte. Vielen Dank, dass ihr anscheinend wirklich Spaß hattet zu hören, wie wir uns teilweise zwei Stunden an die Köppe gehen. Oder auch nicht. Danke für die Kommentare, die Likes. Ihr könnt natürlich auch wieder gerne beides reichhaltig hinterlassen unter diesem Video. Wie hat euch die Staffel insgesamt gefallen? Wie hat euch diese Folge nur gefallen? Was habt ihr vielleicht noch für Theorien? Lasst uns das alles gerne wissen in den Kommentaren oder ganz altmodisch per E-Mail an info.tele-stammtisch.de. Ihr könnt natürlich auch gerne auf unserer Website tele-stammtisch.de nachschauen. Und damit beenden wir das jetzt hier. Natürlich ganz großes Dankeschön auch an, natürlich nicht nur Lasse, sondern auch die anderen Gäste, die wir hier hatten. Als da wären Chris nochmal tapfer durchgehalten. Britt-Marie und Kenny war, glaube ich, auch noch dabei. Und dann haben wir das ja im Nerd-Duet hier ab dann gemacht. Vielen, vielen Dank an euch drei. Gerne wieder. Und natürlich auch, wie könnte es anders sein, danke an unseren Chef Andi, der uns hierbei völlig freie Schnauze gelassen hat. Also ich glaube, er hat noch nie so wenig zu einem Projekt beigetragen wie hier. Also die Cover habe ich alles erstellt, auch etc. Mit diesem Abschied kommst du jetzt auch nah an die grauen Antworten ran. Ach Gott, ja, so ein bisschen. Ja, ach komm, das passt doch zu der Folge. Natürlich passt. Nein, also vielen Dank, dass wir das ja machen durften. Ich hoffe, zu Staffel 2 gerne auch. Ansonsten hören wir uns bei den zwei Türen wieder. Und bis dahin sage ich frei nach König Theoden auf Eolingas. Bis nächste Woche. Tschüss, ihr Lieben. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammfisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.